Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 448. Mein Name ist René, heute außerdem Mitarbeiter Herr Marvin. Hallo. Hallo, du hast den Einsatz verschlafen. Die wunderbare Frau Alex ist wieder da. Mosche. Der einzigartige Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Spricht für euch oder zu euch von der Kanzel. Und die Patricia ist auch da, die ist aber gerade noch am Essen, die meldet sich dann glaube ich gleich, oder Patricia? Ja, hallo. Ich bin zwischendurch mal stumm, also nicht wundern. Genau, Abendessen muss ja auch sein. Ja, wir wollen heute ganz viel über die Eintracht sprechen und über Spieler, Trainer, Tore, Nicht-Tore, was auch immer. Bevor wir das tun, aber ganz klassisch ein bisschen Housekeeping zum Einstieg. Ja, wir sind immer noch zu fast 100% rein Fan finanziert oder Faninnen finanziert. Also ihr da draußen unterstützt uns und wie jede Woche suchen wir uns ja hier den ein oder anderen raus und diese Woche geht der Dank stellvertretend für alle anderen an den Jens. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollen möchtet, kann man das so sagen? Nein? Dann könnt ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbeischauen, da findet ihr alle Infos. So, dann gucken wir mal auf das Spiel vom Sonntag. Da durfte der Eintracht-Rand zu Hause gegen Stuttgart. Hatte auch reichlich Unterstützung, nämlich von 25.000 Zuschauerinnen auf der Tribüne. Und Marvin, du warst glaube ich auch zum ersten Mal seit längerem wieder im Stadion, richtig? Geil, auf jeden Fall. Es war echt schön, gerade weil ich der Dennis heute jetzt nicht hier, aber Dennis mal wieder getroffen habe. Ich habe Manu mal wieder getroffen. Wirklich viele alte Freunde, die ich, bis auf die Zertifizierung, wo wir uns alle getroffen haben, vorm Stadion, damit wir halt an den Corona-Test irgendwie reindengeln konnten in die App, haben wir uns in der Zwischenzeit gar nicht gesehen. Und das ist krass. Also wir haben mal Videochats gemacht und so, aber die haben ja ihre Familie. Es ist dann tatsächlich ein bisschen schwierig, das alles hinzubekommen. Und das war das allererste Mal, jetzt wenn wir diesen kurzen Zeitraum rausnehmen, seit anderthalb Jahren, dass wir uns mal wieder gesehen haben, mit im Stadion schön auch beisammensitzen. Natürlich ein bisschen andere Atmosphäre, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich die ganzen Gauner mal wieder gesehen habe. Und auch ehrlich gesagt haben wir auch viele Leute gesehen, die wir logischerweise auch, sage ich mal, aus unserer Eintracht-Bubble jetzt so ein bisschen kennen. Die Simon beispielsweise, der Pia und Bebe waren da. Und das war einfach eine schöne Sache. Hat mich gefreut, mal wieder im Stadion zu sein. Ich war ja zu dem Testspiel als Kohlkommentator da, das war ja ganz cool. Aber jetzt einfach schön als Fan ein paar Bierchen in der Hand. Feine Angelegenheit, ja. Und stimmungstechnisch? Stimmungstechnisch anders. Also ich muss sagen, für mich war es anfangs ein bisschen schwierig reinzukommen, auch weil ich immer die Angst hatte, dass die ganze Zeit irgendwie Kameras irgendwie, weil direkt vor uns war frei. Und da habe ich gedacht, weiß ich nicht, keine Ahnung, zu laut pöbeln ist jetzt auch schwierig, keine Ahnung. Ich fand es teilweise am Ende hin richtig cool, aber zwischenzeitlich habe ich halt so ein paar, also keine Ahnung, bei einem 0-0 in der Bundesliga, gerade so 30. Minute, muss man sich Europa Cup anstimmen. Und das fand ich so ein bisschen irgendwie deplatziert. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich dann so ein bisschen schwanger trage. Es ist aber klar, es gibt keinen organisierten Support und das merkst du dann halt auch. Und vielleicht gehen einem dann so ein bisschen die Lieder aus. Wie gesagt, gegen Ende hin, als wir richtig das Feuer gespürt haben, wenn wir gleich auf das Spiel zu sprechen kommen, warum wir das Feuer gespürt haben, da war dann die Emotionalität da und da war es sehr situativ und hat dann Sinn ergeben. Wie gesagt, ansonsten ein bisschen austarieren, wann es Sinn macht und wann nicht, sage ich mal. Ich habe das aber ähnlich erlebt. Also ich fand es auch geil, mit einem Kumpel, mit dem ich seit zig Jahren jetzt die Dauerkarte zusammen habe, auch das erste Mal wieder gesehen. Das waren halt schon die Highlights, aber da waren auch ganz komische Erlebnisse dabei. So kleine Anekdote aus der Bahnfahrt, sitzt ein Pärchen neben mir und sie fragt dann so, Schatz, wo sitzen wir denn heute? Und er nennt dann halt so einen Block und sie dann so, ah, ist es im Schatten? Und er so, ja, ja, ist es im Schatten. Ah ja, dann ist gut. Also das sind halt so die Prioritäten der aktuellen Fangemeinde. Also es ist halt echt, es ist anders. Es ist halt dann halt auch blöd im Block. Also ich sitze seit, keine Ahnung, 15 Jahren jetzt am selben Platz. Naja, 12, keine Ahnung, 10, weiß ich nicht genau. Länger. Also seit das Waldstadion jetzt nicht mehr das Waldstadion ist, whatsoever. Auf jeden Fall siehst du da einfach seit Jahren immer die gleichen Gesichter. Und dann kommst du halt dahin und da sitzen einfach ganz andere Gesichter. Und auch nicht irgendwie, keine Ahnung, so der Pulk, der Stimmung macht, sondern eher so, ja, also es war halt ein ganz anderes Publikum da. Und da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Marvin, genauso wie du, ne? Also die Lieder, die waren auch manchmal ein bisschen komisch gewählt. Aber ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass die Blockadehaltung aufgehoben wird, ne? Ich meine, es sind jetzt echt viele Leute, die rein dürfen und ich würde mir wünschen, dass das die sind, die halt immer da sind, ne? Und dann wird's, glaube ich, auch richtig geil mit 25.000. Ja, aber sind es nicht die? Also kriegt man als Dauerkarten-Inhaber, hat man kein Vorkaufsrecht? Ja doch, aber das wird ja nicht abgerufen. Ja, ich weiß gar nicht ganz genau, ob das sich das so sehr unterscheidet von den Leuten, die sonst da sind. Die gehen halt nur, dann sind halt noch 25.000 andere auch noch da. Also ich glaube, das Gespräch, was du in der Bahn verfolgt hast, kannst du, glaube ich, auch bei Vollauslastung verfolgen. Na, dann höre ich es vielleicht nicht, weil die Bahn schon voller ist. Das ist, glaube ich, ein gewissen Grad. Vielleicht hörst du es nicht, weil sonst gesungen wird in der Bahn. Kann natürlich sein. Könnte sein, ja. Man weiß es nicht. Ich habe dazu bei Fußball 2000 alles schon gesagt, ich will da auch irgendwie niemanden angreifen. Ich habe das Gefühl, die Leute, die in den Schallengehen, fühlen sich dadurch angegriffen. Wobei die ja auch trotzdem sehen müssen, dass die, die können ja auch nichts machen. Die dürfen sich ja auch nicht in Gruppen hinsetzen. Das heißt, wir sind das Zweiergruppen, Schachbrett, bla bla. Das ist ja auch für die Leute, die dort sind, nicht so einfach da in irgendeiner Weise was zu machen, was wir wollen. Aber ich fühle es wie ihr beide. Ich fühle es auch nicht. Das führt halt dazu, dass ich nur ab und zu mal überlege, da gehe ich hin, ja, mal gucken. Weil was Marvin beschrieben hat, ist ja auch ein wichtiger Teil des Fußballs zu denken. Ja, man geht hin, weil man dann so Leute trifft, die man vielleicht nicht mehr so oft trifft. Aber irgendwie ist der Fußball so, mit manchen Leuten, die man so hat, das Schmiermittel zu sagen, okay, die trifft man safe alle zwei Wochen. Obwohl man sie vielleicht sonst nicht mehr so oft sieht. Und deswegen ist es auf jeden Fall cool. Aber das Erlebnis im Stadion hat halt damit nichts zu tun. Und ich will da auch gar keine Schuldzuweise machen. Ich will es einfach nur als Zustand beschreiben, dass das einfach so ist. Und es ist ja trotzdem besser als gar nichts. Also zumindest für die Mannschaft ist es, glaube ich, gut, dass die sieht, dass, was sie auf dem Platz macht, zumindest eine Reaktion hervorruft. Du sagst es wunderbar. Und ich finde, das muss man auch wirklich nochmal differenzieren. Es geht ja überhaupt gar nicht um Schutzzustreibung. Liebe Leute, überlegt mal vor vier, fünf Monaten. Da wären wir froh gewesen, wenn irgendwie 5.000, 10.000 ins Stadion gekonnt hätten. Jetzt sind wir schon bei 25.000. Das ist doch super. Ich hoffe, dass das vielleicht sogar noch weitergeht. Ich bin ja da immer so ein bisschen naiv in meiner Hoffnung. Und es geht überhaupt nicht um die Leute, die da sind. Ich muss sagen, ich finde es trotzdem immer lustig. Ein paar Leute, komm, ich mache es. Ich bin jetzt hier der Karpel und mache das. Das finde ich schon einfach lustig. Und ich glaube, das muss mir auch zugestanden sein, dass ich das ein wenig ironisiere und mich darüber ein wenig lustig mache, dass es dann Leute gibt. Ja, komm hier, ich mache ein bisschen Mut angetrunken und dann jetzt bin ich der neue Mann, den Stein. Ich, I don't think so. Und das muss mir auch zugestanden sein. Ansonsten ist es cool. Ich freue mich über jeden, der ins Stadion geht, der seinen Spaß hat und die Stimmung so macht, wie er das für richtig hält. Und das ist auch super. Allein die Tatsache, dass wir wieder Stimmung haben, dass wir ein Raw erleben bei tollen Aktionen, die Stimmung, wie krass laut das Stadion auch nach dem 1-0 von Philipp Kostic war mit all den Umständen. Das ist genau das, was wir brauchen, was die Mannschaft auch braucht und was uns auch ein ganz gutes Gefühl gibt. Also wie gesagt, immer differenzieren. Aber ich finde, Basti hat das da sehr, sehr gut gesagt. Aber ich finde trotzdem, dass die Emotionalität, die Alex da wiedergibt, dass sie natürlich schon sich wünschen würde, wenn das Stadion wieder komplett voll würde. Das ist natürlich etwas, darüber kann man doch reden. Und ich finde, das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt, ein Zeichen zu sagen, man weiß, eine organisierte Fanszene und diese gesamte Fanszene in Kombination mit allen Leuten, die da sind, noch mehr zu schätzen ist. Und ich hoffe, dass das vielen so geht. Weil es gab ganz oft Diskussionen, erinnert euch an diese Montagsspiel-Diskussion, wie könnt ihr die im Stichlasse wegen den Protesten, die Montagsspiele sind doch eh vorbei, bla bla. Es ist da vereinzelt vorgekommen. Jetzt habe ich das Gefühl, es gibt ab und zu Diskussionen irgendwie, ja, der Dauersing-Sang der Ultras, der ist mir eh mal auf den Sack gegangen, bla bla. Aber ich weiß nicht. Also ich finde schon, dass man ganz, ganz deutlich aufgezeigt bekommt, wie wichtig das ist, alle da zu haben. Vor allen Dingen auch die Vereine, ne? Also da gab es ja auch immer wieder Bestrebungen, keine Ahnung, Steplätze abzuschaffen. Also ich glaube, gerade die lernen gerade auf eine ganz harte Art, dass ohne die organisierte Fanszene einfach auch nicht geil ist. Also das heißt nicht geil, ne? Also nicht so richtig geil. Doch, so ist es, Alter. Bisschen wie alkoholfreies Bier, ne? Also bevor du gar nichts hast, trinkst du das. In bestimmten Umständen kannst du es mal trinken und dann ist es auch okay, aber... Dann trinke ich lieber eine Spezi. Das dann kaufen, schwierig. Ja gut, Spezi gibt es halt auch Unterschiede, ne? Ja. Aber ich glaube, also meine Wahrnehmung ist, ohne im Stadion gewesen zu sein, eine ähnliche und ich glaube tatsächlich, dass auch generell für die Clubs, aber auch für alles drumherum, die Leute, die halt wirklich einfach viel Fußball über die unterschiedlichsten Kanäle konsumieren, die sind halt auch Fans des Sports eben wegen dem Drumherum. Und wenn das Drumherum nicht stimmt, dann werden da auch viele eher distanziert sein. Ich will ehrlich gesagt das auch nochmal zusammenfassen, weil ich das Gefühl habe, viele Leute nehmen das persönlich. Ich meine, ich habe es ja schon probiert anzureißen, dass die Leute, die da sind, die haben auch keine guten Voraussetzungen. Und es ist auch klar, dass wenn es die ganze Zeit organisierten Support gab und wenn es die mal nicht mehr geben würde, dass es dauert, bis ich das irgendwie neu alles einpendle, alles gut. Was ich glaube ich sagen will, ist, wie wichtig es ist, dass alle zusammen da sind. Und nicht zu sagen, ah, die Ultras sind wieder da, das ist der Rest mir egal. Ne, es geht, die Ultras brauchen die anderen auch. Ja klar. Wenn es darum geht, jetzt hat meine Katz hier am Regler rumgemacht, jetzt habt ihr es nicht mehr gehört. Das war sehr lustig. Auf jeden Fall, nein, was ich sagen will, Ultras brauchen die anderen Fans auch. Ja. Steht auf, wenn ihr Adler seid, wenn das ganze Schein in Hüpf, bla bla bla. Was ich sagen will, man darf, egal wie gereizt die Zeit aktuell ist, niemals zulassen, dass man sich auf irgendwelche Schwarz-Weiß-Diskussionen einlässt und sich angegriffen fühlt und den anderen angreift und bla bla. Das Ziel muss sein, das so durchzuhalten, egal wie anstrengend es ist, dass man irgendwie dann in den Zustand kommt, wie er teilweise war, mit allen Problemen, die natürlich auch sind. Und die kann man dann klären, wir haben es ja gesagt, das ist mit Eintracht-Fans und organisierten Fans und normalen Fans und denen, Eventis, das ist wie in der Familie, da gibt es auch immer mal Stress, aber dann rauft man sich zusammen. Das hat die Eintracht immer ausgemacht. Und in dieser Extremsituation, in der wir uns gerade finden, darf das niemals verloren gehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Egal, da muss auch mal der normale Sitzplatz-Fan einfach in den saugen Apfel beißen und zu denken, ja, da sitzt halt der Basti daheim und dem passt es nicht, wenn der Oberpokal gesungen wird. Er wird es überleben, genauso wie ich es überlebe, dass er sagt, mir gefällt es, wenn die Ultras hier nicht die ganze Zeit das gleiche singen. So, halten wir beide aus, wenn es wieder normal ist, gehen wir beide ins Stadion und bejubeln das gleiche Tor. Aber das ist halt auch genau der Punkt, was du eben gesagt hast, dass beide einander brauchen, weil wenn wir nicht irgendwann wieder zur Normalität zurückkommen, werden halt gewisse Fangruppierungen, nenne ich es jetzt einfach mal, auch das Interesse daran verlieren. Weil auch diese ganzen, wie du sie eben genannt hast, Eventis, die sind ja auch ins Stadion gekommen, weil es da abgeht. Und gerade geht halt einfach nichts ab. Du kriegst zwar gerade super easy Tickets, so leicht wie in den letzten Jahren noch nie, aber es ist halt auch für einen Event-Fan gerade nicht cool, ins Stadion zu gehen. Ich glaube, wir brauchen wirklich, was Basti gesagt hat, und das ist auch richtig, sowieso, also diese dividierenden Aussagen, klar, auch gerade mal verkürzt, das ist ja auch manchmal in Ordnung, das kann man immer machen, aber natürlich brauchen wir trotzdem alle, brauchen wir auf alle Fälle und wir müssen halt uns überlegen, wie es halt weitergeht. Ich meine, ich finde den Schritt, dass wir jetzt 25.000 haben, schon mal geil. Tut mir leid, da freue ich mich. Und es ist ja auch nicht so, dass gar nichts geht. Die letzten 30 Minuten waren super, daran konnte man ansetzen. Ich glaube, die letzten 30 Minuten war die Mannschaft auch komplett da. Und eigentlich war das Stadion ziemlich angezündet, fand ich. Und das ist genau das, wo es ja dann hin muss. Und wir wissen natürlich auch mit den ganzen Situationen, Beschränkungen gerade, ist es natürlich, kriegst du ja auch nicht ohne Weiteres jetzt auf deine 55.000 voll. Vielleicht wäre es ja auch mal eine Situation zu überlegen, dass die Eintracht jetzt mittelfristig mal wieder die Stehplätze offiziell klar macht. Ich war, ich stand, ich saß im 42er in unserem Standardbereich und bin jetzt aber die ganze Zeit gestanden. Ich habe die ganze Zeit gestanden, die ganzen neben mir haben auch alle gestanden, weil das ist halt genau das, was wir immer machen. Und das fand ich auch ganz cool. Wenn sich da vielleicht was entwickelt, geht es vielleicht noch einen Schritt weiter. Ich habe halt die Hoffnung, dass das jetzt erstmal ein ganz guter Schritt war. Aber ich finde auch, dass dieses Angebot, was Basti da gemacht hat, dass es gar nicht darum geht, irgendwie Einzelne rauszupicken, sondern im Endeffekt geht es darum, klar zu sagen, so viel wie möglich. Aber man muss es auch respektieren, wenn die anderen halt sagen, die haben da keinen Bock drauf, dann ist das auch völlig legitim. Ich würde mir trotzdem hoffen, dass mehr Grenzen abgebaut würden. Aber da ist natürlich auch nicht ein Verein alleine, sondern das geht ja dann auch weiter bis dann in die Politik. Patricia, wie siehst du das? Also ich meine, du warst ja jetzt auch schon länger nicht mehr im Stadion, ne? Ja, schon ewig nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das letzte Spiel war. Ist schon ein bisschen traurig, aber ich habe mich bisher jetzt noch nicht so reingewagt in dieses Erlebnis, was ihr alle jetzt schon beschrieben habt. Also in dieses, weil man freut sich ja schon auf diesen Stadionbesuch und Marvin hat es ja auch schon ausgeführt, dass es dann ja auch was Schönes ist, wenn man dann vor Ort ist. Wahrscheinlich werde ich das nicht haben, dieses ich gehe erst wieder hin, wenn es voll ist und habe dann dieses geile Gefühl nach ewig langer Abstinenz, dann es wieder alles zu haben. Das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ich habe das schon irgendwie so ein bisschen aufgegeben. halte aber immer noch so ein bisschen dran fest, weil ich irgendwie immer noch Hoffnung habe, so ach ja, komm, das wird bald sein, halt noch ein bisschen durch und dann hast du dieses Erlebnis und nicht dieses Zwischenerlebnis, wo man so ein bisschen Kompromisse machen muss. Aber ich glaube, ihr habt das alles schon ziemlich richtig erörtert. Also da muss man halt jetzt schauen. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, was Basti meinte, dass sich da jetzt keiner spalten lässt durch irgendwelche Meinungsverschiedenheiten, weil das ja auch nicht zielführend ist. Also das wird uns auch in Zukunft da nicht helfen und das wird auch nicht von Bestand sein, glaube ich, weil sobald irgendwann wirklich alles wieder bei der Normalität ist, werden alle weiterhin genauso ins Stadion gehen wie vorher, hoffentlich. Und dann passt das auch wieder alles. Und von daher habe ich jetzt, glaube ich, nicht die Energie dafür, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin da bei Alex. Ich habe mittlerweile echt Angst, dass da ein bisschen kaputt gegangen ist. Ja, ich befürchte das auch. Ich fühle das irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Könnt ihr das näher ausführen? Also was meint ihr jetzt genau? Also wo sagt ihr, dass ihr denkt, dass das nicht mehr ein kompletter Fall sein wird? Guck mal, wie lange das jetzt schon geht. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit wieder angefangen, aktiv Fußball zu spielen. Das heißt, ich habe samstags jetzt wieder selbst Spiele. Das heißt, sobald die Eintracht samstags mittags 15.30 Uhr zu Hause spielt, wird es für mich schwer hinzugehen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Und ich glaube, ganz viele Leute haben sich darauf eingerichtet, den Samstag irgendwie anders zu verbringen oder keine Ahnung. Aber ich glaube einfach, dass mittlerweile in der Zeit viel passiert ist, sich viele Leute wirklich auch vom Fußball entfernt haben. Und ja, der Zusammenhalt nicht mehr so da ist. Du nicht mehr den Nebenmann hattest, den du vor zwei Jahren hattest. Und das ist aber dann, wenn du zwei Jahre nicht warst, kommt es alles auf einen Schlag. Klar wechselt mal irgendwie der Nebenmann, auch bei mir. Aber dann passiert es irgendwie in der Saison oder dann ist in der einen Saison mal der eine nicht mehr da und dafür aber noch andere. Und dann ist aber jetzt, wenn du, keine Ahnung, nächstes Jahr im Sommer hingehst und alle wieder dürfen, kommen halt ganz viele Veränderungen auf einen Schlag. Und ich weiß nicht, ob alle direkt wieder zum Fußball zurückkommen und ob alle wieder so angezündet sind, wie früher. Ich weiß nicht, vielleicht hatten viele auch genug Zeit, um zu reflektieren, was der Fußball aktuell darstellt und wie weit kann man sich damit noch identifizieren. Hast du ja vielleicht in diesem Tages-Hack-Mack gar nicht, sondern da ist jede Woche ein Spiel, am Spiels-Europa-Fest-Auswärts-Blabla und bist so in deinem Trott drin. Und jetzt hattest du halt 16 Monate mindestens Zeit, einfach mal zu reflektieren, was macht der Fußball, was hat er während Corona gemacht, was hat er vorher gemacht, wie hat sich das entwickelt, welche Strömung gab es sowieso schon gegen organisierte Fans vorher und so weiter und so weiter. Und welche Aussagen gibt es jetzt vielleicht auch, die sich wünschen, dass die gar nicht mehr wiederkommen. Es wird, wenn die Ultras wiederkommen, auch von der Presse dann wieder angefangen hier. Ich kann jetzt schon die Schlagzeilen lesen, wenn wieder alles normal ist und dann in irgendeinem Stadion irgendwas passiert. Es war viel besser, als sie weg waren. Die gab es ja auch schon, als Geistesspiele waren. Das ist der pure Fußball-Blabla. Diese Diskussion gab es immer. Ich glaube einfach, dass die bei dem einen oder anderen, der jetzt genug Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ich meine, du kannst es in Bergamo beobachten. Ich weiß jetzt nicht, ob das da mit Corona zu tun hat. Da bin ich nicht tief genug drin. Aber zumindest bei denen haben die Ultras sich aufgelöst. Es kann passieren, dass das woanders dann auch passiert. Es muss jetzt nicht in Frankfurt sein, aber allgemein aktive Fans sehen im Fußball allgemein. Aber kann ich nur mal ganz kurz, das heißt im Endeffekt, wenn ich das irgendwie versuche zu kondensieren, dann meint ihr, und das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass dadurch, dass es auch eine Nebenbeschäftigung gab, die die ganze Zeit den Fokus woanders draufgelegt hat, dass man am Wochenende andere Dinge gemacht hat und eh nicht ins Stadion konnte und dann dementsprechend einen anderen Rhythmus hatte und dass vielleicht dadurch, dass viele aus ihrem jahrelangen klaren, eindeutigen Rhythmus Wochenende, Fußball, Wochenende, Fußball, Wochenende, Fußball herausgekommen sind und dadurch vielleicht andere Dinge erlebt haben und dass ihr euch vorstellen könntet, dass dann mehrere Leute, die jetzt gesehen haben, oh ja, vielleicht bin ich da jetzt auch raus und dann guckt ihr dann diesen scheiß Fußball an, jetzt sehe ich, guckt ihr, die ganzen Millionarios, ja die spielen trotzdem und irgendwie kümmern sie sich um den Scheiß, dann irgendwie, ich darf hier nix und dann bei der Europameisterschaft 60.000 Leute, dass dann vieles zusammenkommt, wo sie dann sagen, naja komm, so richtig geil bin ich eh nicht mehr drauf. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, weil du hast ja durch diese anderthalb, zwei Jahre jetzt erstmal eine ganz andere Distanz zum Fußball und dann hast du eben, wie du es gerade ja beschrieben hast, diese ganzen unterschiedlichen Strömungen mit EM, mit dieser ganzen Superleague-Variante, Financial Fairplay für den Arsch, was keinen irgendwie interessiert, wo hier Milliarden hin und her geschoben werden. Ich glaube schon, dass da eine große Anzahl von Menschen dabei sind, die jetzt auch anfangen, anders über diesen Sport drüber nachzudenken, was vorher so ein Rhythmus war zwischen da Heimspiel, dann vielleicht Auswärtsfahrt planen, noch irgendwie Choreo machen, war es ja auch immer Vorbereitung, wo einfach sehr viel am Laufen war, wo du das nicht so sehr reflektiert hast. Aber durch diese Distanz, die du automatisch gewonnen hast, könnte ich mir vorstellen, dass viele angefangen haben, das komplett anders da wahrzunehmen und da der ein oder andere auch sagt so, nee, dann stelle ich mich lieber sonntags morgens um elf Uhr an Kreisliga-Platz, anstatt da hinzugehen. Ja, dein verbindendes Element ist auch weggegangen, ne? Also klar gab es irgendwann die Spiele wieder, aber gerade bei den Ultras, ne? Da wird sich getroffen, die nächste Choreo vorbereitet oder wie du eben gesagt hast. Aber gut, das machen die ja trotzdem noch. Also das ist ja trotzdem, die treffen sich ja schon noch. Also die haben sich auch am Gleisreiter getroffen. Ich wollte gerade sagen, das sind doch eigene Gruppierungen sozusagen, die sich ja auch, das ist ja deren Leidenschaft, das haben die ja jahrelang gemacht, jahrzehntelang zum Teil. Ich weiß nicht, ob man da so schnell dann sagt, ja, also schnell, klar, ich verstehe schon, dass das jetzt eine sehr lange Zeit ist, ob dann Vereinzelte bestimmt, aber ob dann wirklich so ein großer Kern sagen wird, nee, komm, ich mache das jetzt nicht mehr, glaube ich nicht. Also ich glaube, da ist doch bestimmt auch eine Sehnsucht nach dieser Zeit wieder da. Also ich weiß halt, genauso wie Leute jetzt die Sehnsucht haben, einfach wieder mit ihren Leuten in die Kneipe zu gehen. Aber genau das, was du eben gesagt hast, ist es ja. Also das ist ja denen ihre Leidenschaft, aber das Kernthema ihrer Leidenschaft ist einfach weggebrochen. Ich glaube, es kommt auch ganz stark darauf an, auf welches Feld die zurückkehren werden. Bleiben personalisierte Tickets, wie lange bleiben die? Ja, das glaube ich auch. Wie ist die allgemeine Stimmung in der Studie? Es gibt ja safe Fußballfunktionäre, deren feuchlicher Traum es ist, gewisse Dinge beizubehalten. Also bei personalisierten Tickets bin ich fest davon überzeugt, dass es safe bleibt. Aber da können wir zum Beispiel, glaube ich, bei der Eintracht noch einigermaßen entspannt das blicken, weil die dann Gespürfee haben. Ich glaube, da wird auch viel Dialog mit der aktiven Fans in der Stadt finden, was möglich ist und wann wieder das so sein kann, wie sie sich das vorstellen. Was ich auch noch glaube ist, das kennen wir von uns selber, wenn du mal irgendwie, ich vergleiche es jetzt mal, es hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich habe ein Jahr kein Fleisch gegessen. Das fand ich eigentlich ganz geil, war gesund, habe mich teilweise sogar besser gefühlt, meine Haut ist besser geworden. Dann habe ich gedacht, ich habe es jetzt mal ein Jahr ausprobiert, jetzt probiere ich mal etwas Neues aus. Und dann hat sich das bei mir langsam wieder eingeschlichen. Ich glaube ehrlich gesagt, das was Patricia sagt, diese Liebe ist nicht komplett tot und es kann sein... Aber sie ist halt anders. Nein, aber es kann sein, dass du wieder reingerätst, dass wenn wieder alles normal ist, dass du uns das wieder da sind. Aber du musst alle wieder zurückholen und da ist auch die Eintracht gefordert. Darf ich ganz kurz fragen? Hätte ich ja eben gesagt. Ja, darf ich ganz kurz fragen, glaubt ihr, dass das abhängig von den Leistungen der Mannschaft ist? Also weil, ich finde es total klasse, ich finde es auch vollkommen cool, wie unterschiedlich und vielschichtig gerade diese Debatte hier bei uns ist. Glaubt ihr denn, dass das auch mit den Leistungen was zu tun hat? Also, angenommen, der Eintracht wuselt sich hier so durch Platz 10, es gibt keine krassen Highlights. Europa Cup dann doch irgendwie ausgeschieden, aber es läuft. Der eine Spieler, es irgendwie entwickelt sich gut, man hat den Vertrag dann vielleicht verlängert, keine Ahnung. So jemand wie, ja, Lindström macht eine ganz gute Saison, aber im Endeffekt merkst du früh, nach oben passiert gar nichts. Unten hast du aber auch irgendwie lauter andere Wusel-Vereine, irgendwie, keine Ahnung, Kreuterfeld steigt mit fünf Punkten wieder ab. Und dann passiert nicht viel in der Saison, dass das eher dafür sorgt, dass halt viele Leute dann vielleicht trotzdem fernbleiben, also deswegen auch fernbleiben. Das macht es halt schwerer, ne? Ich meine, das siehst du ja an dir selber. Also wenn die Eintracht irgendwie auf Platz 13, 14 rumkreuscht, nichts passiert, alles irgendwie vor sich hin eiert, dann tue ich mir samstags mir das auch schwer, die dicke Hose anzuziehen, bei minus 18 Grad ins Stadion zu fahren. Und da ist es nicht die Eintracht, die mich da hinzieht, sondern weil ich, keine Ahnung, mich vorher schon mit fünf anderen Leuten verabredet habe, mich eine gute Wurst erwartet und ein Bier. Da will ich widersprechen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist völlig unerheblich. Echt? Über die, über die wir gesprochen haben, zu denken, wenn die Eintracht nur noch zwölfter wird. Ich glaube nicht, dass Ultras daheim sitzen werden und das vom Tabellenstand abhängig machen. Ich glaube, bei denen geht es ausschließlich um die Modalitäten. Welche Freiheiten gewinnen sie zurück? Welche kriegt man nie mehr zurück? Gibt es da überhaupt welche? Und wie kommuniziert der Verein das? Und der Verein macht es ja gut, der hat das ja auch jetzt schon gemacht. Es gab ja schon so ein Statement der Fanabteilung, dass genau das, was ich gesagt habe, nicht stattfinden soll. So eine Spaltung und bla. Die werden auch in Kontakt sein. Ich glaube, die Ultras werden auch auf der Mitgliederversammlung am Samstag sein. Ich glaube schon, dass dann das Worst-Case-Szenario, was Alex und ich da an der Wand gemalt haben, das ist, glaube ich, aktuell noch nicht realistisch. Aber wir wissen halt auch nicht, ah, wie lange dauert es noch und was passiert auf dem Weg dahin. Und ich glaube, dass sportlich gesehen wird das die aktiven Fans und diese 35.000, sage ich mal, die immer da sind, immer, egal wo, wenn die wieder da sind, dann ist, glaube ich, auch alles gut, weil diese Plus-Minus-5.000, die hast du immer. Sportliche Erfolge, ja, nein, das haben wir ja gehabt. Wir haben ja gesehen, wie viele da zukamen bei der Oberpokalsaison, die dann aber auch wieder weg sind, wenn wir zu Hause gegen Augsburg spielen. Ich glaube, das wirst du immer haben, aber ich glaube, das hat mit Corona nichts zu tun, sondern ich glaube, die für mich persönlich, für mich persönlich wichtigen Leute werden auch zurückkommen, wenn die Eintrag 13 ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber ihr habt ja das Statement angesprochen, wir können es ja nachher mal verlinken, weil das war ja in seiner Gesamtheit sehr umsichtig und war ein tolles Statement, weil es nicht irgendwie anklagend war, weil es nicht irgendwie, es hat immer versucht, eine Einigkeit und eine Einigung zwischen allen Parteien zu finden. Fand ich ziemlich gut. Können wir im Endeffekt auch mal schauen, wie es dann wirklich am Wochenende läuft bei der Mitgliederversammlung, ob es da vielleicht weitergeht. Also gut, ich denke, wir können das ja mal in den Kommentaren, beziehungsweise können das ja dann nachher mal verlinken, René. Ja, können wir machen. Eine kurze Ergänzung noch, Leon hat die ganze Zeit verzweifelt in den Chat geschrieben, dass wir doch mal nach Gladbach gucken sollen, wo es ja, so schreibt er, Zugeständnisse oder Lockerungen durch das örtliche Gesundheitsamt gab, dass eben wieder Stehplätze möglich waren, dass auch Tickets entpersonalisiert waren und dass das dann auch so der Grund war, weswegen sich dann auch die organisierte Fanszene wieder mehr ins Stadion bewegt hat. Ich glaube, das sind ganz wichtige Kriterien, um zumindest so einen annähernden, normalen Zustand, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, wieder herzustellen. Ja, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Eintracht daran arbeitet. Ja, vor allen Dingen, weil jetzt auch der Beschluss für Hessen gefasst wurde, dass diese 2G-Regel eingeführt wird, was dir halt wahrscheinlich auch als Stadionbetreiber neue Möglichkeiten gibt. Ja, da hat er vorhin geschrieben. Aber das will ja die Eintracht nicht. Das will ja die Eintracht nicht. Die Eintracht wollte ursprünglich, keine Ahnung, René, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich glaube, das letzte Statement von Axel Hellmann war eigentlich, dass man weiterhin ermöglichen will, dass es halt diese drei Regelungen gibt mit den 5.000 Nicht-Geimpften, was ja für Kinder, und das darf man auch nicht vernachlässigen, das ist natürlich in den Proports, könnte das so sein, dass ich das falsch gesehen habe, aber es waren auch wirklich einfach viele Kinder am Sonntag da. Aber ist es nicht so, dass bis zu zwölf du eh nicht von der 2G-Regel betroffen bist? Gute Frage, müsste ich nachdenken. Also ich meine, ich hätte das heute zumindest... Ich schaue gleich mal nach. Das ist so leffig. Ich habe bei der Essenschau gelesen, Mensch Marvin. Ich bin heute anders im Dienst gewesen. Ich musste die ganze Zeit mich mit Community-Mensch mit rumschlagen und anderen Geistern. Aber ich gucke das nach, das können wir ja gleich nochmal. Ja, aber das gilt halt tatsächlich nur bis zwölf. Also diese 2G-Regel ist tatsächlich alles unter zwölf ist ausgenommen. Da drüber hast du es halt dann trotzdem wieder. Und da ist ja dann auch immer die Frage, Impfen ja, nein, ist ja auch immer nicht so einwandfrei bisher gewesen. Also von daher würden die dazwischen halt zumindest irgendwie reinfallen. Du hast recht. Nochmal ganz kurz, unter 6-Jährigen bräuchten keinerlei Nachweis, bei Kindern bis zwischen 6 und 12 reiche das Schultestheft. Das ist das letzte Statement. Tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal nachschieben musste. Ja gut, dann hättest du ja zumindest dann da die Testvarianten, womit du es dann aufgreifen kannst. Aber das Statement war tatsächlich, dass Hellmann gesagt hat, dass diese 5.000, die über die Testmöglichkeiten reinkommen, gerne beibehalten wollen. Und sie hatten ja vorhin auch getwittert, dass sie im Laufe der nächsten Tage dann auch ein Update geben, dass sie aber erstmal für das Spiel am, wann tritt die Regelung in Kraft? Am 16. Ja, am 16. ist das Spiel. Und danach tritt ja erst irgendwie diese neue Regelung in Kraft. Also für das Spiel am Donnerstag ist noch bisherige Regelung geltend. Also wird es nochmal irgendwie jetzt ein Update geben? Ich glaube, wir haben an diesem Heckmack gerade, was in unserer Diskussion war, gemerkt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass alles erst wieder normal wird, wenn das eben alles nicht mehr gilt. Ja. Weil ich glaube, dass das viel, viel Chaos auch verursacht. Du weißt nicht, was ist nächste Woche, dieser Beschluss, der eine versteht es nicht, dann fällt dem einen mal was nicht ein. Ich hätte jetzt überhaupt gar keine Angaben machen können zu Kindern 6 bis 12, unter 6, dies, das, Ananas. Und ich glaube, genau diese Unsicherheit wird halt dazu führen, dass du sowas langfristig Organisiertes und Normales erst wieder hast, wenn das alles wegfällt. Und das dauert halt meiner Meinung nach. Und du darfst nicht vergessen, der Horizont ist vielleicht deine nächste Saison. Ja, aber die wird dann auch jährlich unterbrochen von der WM in Katar, was halt natürlich auch wieder diesen Impuls wecken könnte, den wir vorhin angesprochen haben. Na, kann ich mich mit diesem Fußball noch identifizieren? Also es ist sehr, 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 sehr schwieriges Timing für Corona auch. Ja, und auch eine andere Frage, die, glaube ich, früher oder später aufkommen wird, eben, wenn diese ganze Thematik noch so lange dauert, dass du dir auch als Fanszene irgendwann die Frage stellen musst, je nachdem, wie der Saisonverlauf ist, will ich nicht eigentlich trotzdem jetzt ein Stadion und die Mannschaft unterstützen, weil ich halt merke, dass sie es brauchen, in, was weiß ich, einem wichtigen Euroleague-Spiel, um irgendwie über die Gruppenphase zu kommen oder weiß ich nicht, was sonst noch irgendwie kommt. Also auch diese Entscheidung musst du ja dann irgendwann stellen. Aber ich glaube, die ist schon, ich glaube, die Frage wird sich nicht, also die Frage wird sich vielleicht gestellt, aber ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Also einfach irgendwann mittendrin deine Prinzipien über Bord werfen und sagen, ah ja, komm, jetzt mache ich es doch mal auch schwierig. Ja, prinzipiell ja, aber auch das ist meiner Meinung nach dann auch sehr abhängig davon, wie der Saisonverlauf dann ist. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube, es kommt auf die Modalitäten an, unter welchen Voraussetzungen die wieder zurück in Stadion können. Und die werden mit Eintracht im Austausch sein. Die Eintracht wird wissen, wann das so ist. Und die Eintracht wird darauf hinarbeiten, dass das irgendwann so ist. Aber Marvin hat es ja richtig gesagt, die Eintracht stößt da auch an Grenzen. Das heißt, es ist ja nichts, was die Eintracht hier der aktiven Fanszene verbietet, sondern es ist was, was momentan einfach nicht möglich ist. Was die Rand- und Rahmenbedingungen einfach nicht. Und ich glaube, das sollten beide Parteien sich auch immer wieder klar machen. Zu denken, ey, Digga, ich würde dich hier safe reinlassen. Lieber heute als morgen. Ja. Kann ich aber gerade nicht, weil ich darf nicht. So. Das ist einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das momentan so ist. Und Marvin hat auch was Wichtiges vorhin gesagt. Man muss halt auch beide Seiten akzeptieren und nicht jetzt sagen, ihr lasst die Mannschaft im Stich und dies und das und Ananas nehmen. Wir müssen da alle seit Monaten irgendwie durchkommen. Und das gilt leider, komischerweise immer noch. Ich hätte mir nicht vorstellen, ich hätte mir vor einem Jahr gesagt, boah, sie macht immer keinen Gedanken, was ihr in einem Jahr für eine Podcast-Eintracht-Sendung macht, Alter. Was ihr da für Themen besprecht. Hätte ich gesagt, lass mich in Ruhe, ich bring mich jetzt um. Hohoi. Okay. Harte Worte. Das ist schon sehr lange alles. Es ist schon sehr lange. Ja, es ist definitiv sehr lange, ja. Und es verlängert sich halt auch immer noch. Wieso? Ich will jetzt gar nicht anfangen. Aber es verlängert sich halt auch durch die Nicht-Kooperation gewisser Parteien. Und damit meine ich nicht Parteien im politischen Sinne, sondern anderer Parteien. Das empfinde ich als schwierig. Aber es ist ja kein Corona-Podcast hier. Ich glaube, die Haltung ist hinreichend bekannt. Und na ja, mal gucken, wie lange das alles noch geht. Aber es ist schon unnötig langwierig. Wir hätten andere Verhältnisse herstellen können mit der Kooperation gewisser Personen. Aber hey. Man muss auch nicht immer so diplomatisch sein. Impft euch, Mann. Ja. Sehr guter Sendungstitel. Ja, aber es ist halt schon krass, ne? Wenn du überlegst, ja, wir hätten ja auch Dänemark haben können. Ja, dann machen wir's, Digga. Das ist kein Drama. Natürlich kannst du es haben mit Dänemark. Was los ist mit mir? Das ist mein Körper. Ja. Aber es ist alles gut. Und scheiß. Hopp hat's auch nicht geschafft. Ja, wenn ihr jetzt auf den Hauptimpfstoff gewartet habt, ne? Was ist QVAC? Alles abbestellt. Ciao, Kakao. Ich glaube mal, wenn da liegt der wahre Grund, warum die aktiven Fans hier noch nicht im Stallion zurück sind, die haben natürlich auf Dietmar Hopps Impfstoff gewartet. Das heißt aber jetzt, es kommt nie wieder eine aktive Fanszene zurück, ne? Lass mal diesmal aufs Plan. Außer, wobei ich mir das im Sportstudio gesagt habe. Keine Ultras. Wobei, ich hab ja... Ich erinnere mich, wie er es im Sportstudio gesagt hat. Überleg mal, vielleicht war das sogar der Plan von ihm, darüber alle organisierten Fanszenen auf einen Schlag aus allen Stadien zu vertreiben. Indem er einfach einen Impfstoff verspricht, den er nachher nie auf den Markt bringt. Und alles ist drauf reingefallen. Aber wie gesagt, ich hab jetzt gesehen, ich hab jetzt Armin Laschet gesehen, der hat eindeutig für merkwürdige Dinge für Dietmar Hopp gesungen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr dieses virale Video gesehen habt, aber da ist irgendwas im Gang auf jeden Fall. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, dieser Tag gestern. Wir hatten ja vorhin festgestellt, dass ich meinen Tag hauptsächlich, wenn ich auf der Arbeit, auf TikTok verbringe. Und da sind sehr wenig Videos von Armin Laschet glücklicherweise. Ach, so gestern, ausnahmsweise was verpasst. Oh ja. Wir reichen das nach. Wir reichen das nach. Gut. Dann, wir waren gerade eben bei dem Punkt, dass Dinge schon viel zu lang sind. Viel zu lang war auch das Spiel am Sonntag für die Frankfurter Eintracht. Sonst hätten wir die drei Punkte mit nach Hause genommen. Oh, da stehe ich auf. Ja, wenn Marvin Überleitung kann, ich kann das auch. Wir hatten im Vorfeld gesagt, jeder kriegt so ein Spiel dazu gewesen, zu dem er was sagen darf. Patricia, Martin Hinteräger. Ach man, das ist jetzt unfair ein bisschen, weil ich muss sagen, mir hat eigentlich die Abwehr ganz gut gefallen, bis zum Ende hin. Das stand relativ stabil. Stuttgart hatte auch nicht besonders viel auszurichten gegen die Eintracht über das gesamte Spiel hinweg. Das Problem war dann halt, dass es am Ende wieder, dass man erstens vorne seine Chancen nicht gemacht hat und zweitens steht man dann 1-0 vorne und dann passiert eben so ein Ding wie am Ende, vor dem 1-1. Hinti ist da so ein bisschen die tragische Figur, würde ich sagen. Der schafft es halt nicht ganz, diesen Ball rauszuklären, macht da irgendwie eher so eine Kerze. Und dann geht der Ball halt nach oben und landet wieder bei den Stuttgartern. Und Mamouche ist halt irgendwie technisch sehr krass drauf gewesen. Hat sich vielleicht auch selbst verdient, ein Tor zu schießen, war dann aber halt für die Eintracht sehr, sehr unpraktisch und hat mich auch sehr geärgert, dass das so fallen musste. Weil das war einfach so ein Gewusel, so ein Unkonzentriert halt wieder ganz am Ende. Und das kostet halt zwei Punkte und es ist sehr, sehr ärgerlich. Damit Martin Hinteräger halt die tragische Figur in dem Sinne. Aber ich finde, der wird dazu gemacht. Also keine Ahnung, ein verunglückter Kopfball, der kann dir zwei Meter vorm 16er einfach mal passieren, wenn einfach noch vier andere Spieler hinter dir sind. Also da muss doch irgendjemand sein, der da nochmal ein Bein dazwischen kriegt. Da haben sie ja versucht. Das Problem war halt, du hast vorne dein Zeug nicht gemacht, du hast vorne deine Arbeit nicht richtig verrichtet und letztendlich stehst du in der Situation, in der Lage und dann hast du eben diesen Schnitzer in der Abwehr drin, in der gesamten Abwehr. Klar, du hast den Ball so oder so nicht hinten rausbekommen. Das liegt ja auch nicht an einer Person. Er war halt derjenige, der ihn in dem Moment nicht richtig rausköpfen konnte. Das passiert dir vielleicht in der anderen Phase des Spiels und geht ganz anders aus. In dem Fall aber hat es zum Gegentor geführt und deswegen sieht das, glaube ich, jetzt blöd aus. Aber ja, es ist halt deswegen ja auch tragisch in dem Sinne, dass es mir eigentlich sehr leid tut, dass es jetzt so passiert ist und dass es auch so herausgehoben wird. Aber es ist halt nun mal so das 1-1 entstanden. Also was soll man sagen? Basti, du bist schwer am Atmen. Nee. Nee? Ich habe mir am Mikrofon gerichtet. Ah, okay. Ich dachte, du wolltest uns auch noch was sagen. Ja, ist halt am Ende halt wirklich ärgerlich, wobei ich auch der Meinung bin, dass es nicht komplett auf seine Kappe geht. Da waren ja noch zwei, drei andere da. Ein dicker Kretsch da rein, behindert dann Trapp noch, der den Ball dann da auch noch irgendwie so ein bisschen in Trall gibt, damit das Ding dann mal muss wieder vor die Füße fällt und dann ist halt keiner mehr da, weil die Lücke dann zu groß ist. Verstehe ich. Andererseits muss man auch, können wir ein bisschen vorgelagter gehen. Klar, ich finde trotzdem, das Tor sollte so nicht fallen. Das war echt ein ganz schöner Gennig-Schlag. Andererseits gab es davor auch Möglichkeiten, schon früher das 2-0 zu machen. Gab auch immer wieder Standardsituationen, die nicht so genutzt wurden, wie man hätte sie nutzen können. Insofern, es ist zweischneidig. Es ist ja klar, dass ein Powerplay und die Eintracht nicht in dieser Sicherheit agiert, wie sie agiert hätte. Hätte sie davor die Spiele gegen Augsburg beispielsweise gewonnen, gegen Bielefeld gewonnen. Und das war natürlich so, es war viel Turbulenz im Team noch drin. Und in dieser Situation will ich aber sagen, klar, 1 zu 1, unglücklich, auch nervig. Wie gesagt, aber auch der Qualität eines Spielers geschuldet, der an diesem Tag wirklich eine tolle Leistung gezeigt hat. Mahmoud beispielsweise war wirklich ein richtig guter Spieler. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Eintracht ja danach immerhin noch alles gegeben hat und dann wie eigentlich fast zurückgekommen wäre. Und das ist ja auch ein Aspekt, den ich in der Gesamtbetrachtung gar nicht hier rausfallen lassen kann, weil ich dann gesehen habe, okay, ist egal, die arbeiten trotzdem weiter nach vorne. Und die haben sich ja in der 94. Minute noch eine unfassbare Chance erarbeitet, die nur knapp nicht zum Tor geführt hat. Du meinst den Latten-Kopfball von Bore. Ja, also das war eine, eine, ich meine, ihr habt ja vom Fernseher gesessen und habt den Fernseher angeschrien, nicht zum ersten Mal in diesen letzten vier Minuten. Aber das Ding war ja so eine Mischung aus Tragik und Komödie. Schlechthin, wie dieser Kopfball da an die Querlatte, an den Rücken von Müller und dann allerdings mit einem Backspin von der Torlinie da wieder zurückspringt. War kein Kopfball, oder? War ein Schuss? Der Kopfball an die Latte war vom... Ach, das war hinterher, Entschuldigung. Das war viel früher, genau. Und das mit dem Schuss finde ich eigentlich, deswegen habe ich es auch nochmal gesagt, finde ich eigentlich viel schlimmer, weil ich muss in der 94. Minute das Ding jetzt zwei Zentimeter unter die Latte versuchen zu zimmern. Das Ding wäre safe drin gewesen. Einfach einen Meter tiefer. Du bist relativ weit weg, aber ich habe dich trotzdem verstanden, da hast du durchaus recht. Aber wie gesagt, ich will auch trotzdem nochmal akzentuieren, dass du auch direkt nach der 82. Minute, als die rote Karte gegen Anton gebracht wurde und es ja haarscharf nur kein Elfmeter war, hättest du auch diese sehr gute Chance mit dem Freistoß auch. Ja, klar, Kostic ein Superspiel gemacht, also hereingekommen ist der absolut bestimmende Mann. Aber es sind so Kleinigkeiten, es ärgert mich dann auch, dass man zu wenig aus diesem Freistoß in der anschließenden Ecke dann auch noch macht. Ich glaube, es gab danach noch eine Ecke, wenn ich richtig in Erinnerung bin. Es gab danach eine Ecke. Ja, genau. Und das sind halt so die Situationen, wo ich mich dann auch ärgere über gewisse Nachlässigkeiten. Das sind diese paar Prozent, die einfach noch nicht funktionieren wollen. Gleichzeitig mit dem Ding, du hast ja vollkommen recht, Alex, der Schuss von Boree hätte auch sitzen können. Es waren so viele knappe Sachen. Das war dann am Ende wirklich auch, du hast ja angesprochen, der Kopfball von Hinti, der hätte auch drin sein können. Da würden wir alle feiern und würden sagen, geil, 2-0 krass gut erarbeitet, 2-1 krass gut erarbeitet, je nachdem, ob es dann 2-0 ist für eins gewesen wäre. Aber das ist halt nicht der Fall. Weil du gerade die rote Karte angesprochen hast, wie ist denn so eure Wahrnehmung von so einer roten Karte? Sagt ihr da eher so, safe, jetzt sind wir einmal mehr, jetzt geht das Ding locker über die Bühne oder seid ihr eher der Mensch, der sagt so, scheiße, jetzt wird es nochmal richtig eng, weil jetzt hängen sie sich wahrscheinlich nochmal richtig rein? Ich bin da, glaube ich, zu positiv immer und denke, geil, rote Karte, einer weniger, jetzt haben wir gewonnen. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der keine rote Karte für den Gegner haben will. Ich muss mich da sofort einlullen, aber wenn man sich dann einfach mal die Historie anguckt, ist die Eintracht, glaube ich, noch nie auf sicheren Beinen gegen 10 Leute gewandelt. Also mir fällt zumindest kein Spiel ein, Im Endeffekt ging es in der Szene, glaube ich, nicht um rote, im Endeffekt ging es darum, dass einfach 5 Zentimeter angeblich, ich bleibe dabei, für mich war das ein Elfmeter, dieses Foul zu früh begonnen hat, weil in der 85. Minute, es gibt ja die Situation, wir hatten es ja einmal mit Boateng gegen Bayern, wo du dir überlegst, will ich jetzt rot für Boateng, dann spielen die 85 Minuten unterteilen oder will ich direkt zu 1-0 gegen Bayern? Da waren wir uns nicht sicher, da ist es gut ausgegangen, 5-1 gewonnen, Kovac rausgeschossen. Hier ist es die Entscheidung, ja klar, hier willst du ja den Elfmeter, scheiß auf die rote Karte, weil dann führst du 2-0 und dann ist das Ding gegessen. Das ist die Eintracht, ich glaube... Das Lustige wäre ja gewesen, wir hätten ja, wenn es im Strafraum gewesen, wäre beides bekommen. Nein, 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 nein. Dann hätte Anton die zweite gelbe Karte gesehen. Nein. Doppel Bestrafung, nein. Nein, aber hatte der schon gelb oder was? Der hatte schon gelb. Ah, okay. Ah, okay. Warte mal, Anton hat in der 36. Minute schon die gelbe Karte gesehen. Der hat schon gelb. Der hätte gelb-rot gesehen und wir hätten den Elfer bekommen. Da will ich jetzt aber mal wissen, ist das so? Danke. Nee, ist das überhaupt so? Oder gilt die gelb-rote Karte nicht auch als Doppel Bestraf? Meines Wissens nach nicht. Nee, oder? Nee, weil die gelb-rote ja quasi die Folge der zweiten gelben ist. Genau. Und gelb darfst du ja zeigen. Gelb darfst du zeigen, du darfst nicht rot oder Elfmeter geben. Ich glaube, ich bin unabhängig voneinander. Das ist unabhängig voneinander. Du kriegst halt unabhängig die gelbe Karte und du hast halt Pech, wenn du die gelbe schon mal davor hattest, dass es dann rot wird. Danke für den Hinweis. Ja, das habe ich anders gesehen, habe ich dementsprechend aber gut. Das ist halt natürlich, guck, das ist jetzt sehr ärgerlich. Deswegen habe ich ja nicht verstanden. Ich meine gut, er war quasi so mehr oder weniger der Letzte, der da dran war. Aber er hätte halt auch gar keine andere Chance gehabt. Aber auch geil, René, dass du uns einfach zwei Tage nach dem Spiel nochmal komplett abfuckst, ne? Ja, wenn ich was kann, dann kann ich sowas. Ich habe mich jetzt echt damit so, ja, ja, komm, eh, doppelbesprafung, wie ist das so? Super, ey, Mann! Ja. Jetzt musst du schon die Scherben wieder aufkehren hierher. Jetzt wäre frustriert. Ja, ich kann euch ja noch mehr abfacken und sagen, das wäre ja alles gar kein Problem gewesen, wenn Lammers irgendwann in der Mitte der ersten Hälfte die richtige Entscheidung getroffen hätte und entweder richtig aufs Tor schießt oder sogar noch besser den Ball zu Lindström abspielt und dann wäre das Thema wahrscheinlich auch mehr als durch gewesen, oder? Wie siehst du das, Marvin? Ja, ach, mir tut es alles leid. Das ist das erste Spiel von Sam Lammers, der ist denkbar unglücklich gestartet hat. Du merkst schon, wie Vesita ist, wenn er im 16er kommt, er kann trippeln, der hat schon seine Qualitäten, aber der Abschluss, den er in der ersten Halbzeit hat, da habe ich schon gedacht, alter, jetzt, also der hätte auch zumindest mal aufs Tor gehen können, dass der dann vielleicht nicht reingeht, das ist die andere Sache, aber du musst irgendwie zumindest mal versuchen, eine Tolle da anzuschießen. Das war dann schon ärgerlich. Also da, das fand ich schon schwierig, auch in der zweiten Halbzeit unglücklich agiert, gute Chancen tatsächlich einfach gehabt, ja. Aber es, also in der 60. Minute habe ich dann auch gedacht, Lammers, ja, das ist doch gut, mach doch so genau das, aber schieß doch und dann sieht das alles nicht so wirklich glücklich aus. Also er war im Abschluss schwach, ich merke aber, da ist auf jeden Fall Potenzial da, war erwarten. Ich hätte mir nur gewünscht, und das muss ich auch sagen, dass er nicht alleine auf weiter Flur ist, sondern ich hätte ihn in der Zwischenzeit dann auch mit Boré zusammen beispielsweise mir gewünscht. Man hätte ja durchaus auch sagen können, okay, weißt du was, das ist jetzt nicht so, als hätte ein rustig, großartige Akzente nach hinten, nach vorne gesetzt. Das war okay, aber defensiv war das wieder sehr wackelig. Man hätte über eine kurze Zeit vielleicht sogar mit Boré und Lammers arbeiten können, das hätte ich gerne mal gesehen. Ich glaube, dass die beiden zusammen oder zwei Stürmer zusammen, das tut einem Lammers und das würde auch einem Boré gut tun. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil später kam ja Patienz her und dann war es ja genau die Aufstellung, die ich dann gemeint habe. Wobei, dann kam ja auch Jakic rein und der hat übrigens ein sehr gutes Spiel gemacht. Nur das dazu. Genau, wobei Jakic schon früher kam, der kam ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Kostic zusammen. Ich glaube, dass Lammers aber da auch so ein bisschen Opfer der restlichen Offensivabteilung ist. Also hätten wir jetzt nicht schon den vierten Spieltag, wo schon zig Chancen versemmelt wurden, auch durch Lindström, Boré. Also er fügt sich halt nahtlos in das ein, was die ganze Zeit schon nicht geklappt hat. Also wir kommen gut bis zum 16er, wir spielen uns gute Chancen raus und sind dann aber leider alle Abteilungen chancentot. Außer Kostic, der ein Ding reinhaut aus einer Position raus, wo du niemals einen Pfifferling auf ein Tor setzen würdest. Ja, das ist richtig. Bleiben wir mal bei dem Thema Kostic. Du hast es gerade angesprochen, kam rein in der 59. Minute. Ich fand in dem Moment eine komplett andere Energie in dem Spiel, eben auch in Kombination dann noch mit Jakic, den ich auch unwahrscheinlich stark fand in der Abwehr. Aber Kostic von Anfang an, derjenige, der den Ball immer wieder gefordert hat, der ihn dann auch sehr oft bekommen hat, einfach. Hat er damit so den ersten, den ersten Strich hinter seinem Statement, ich bin wieder mental voll stark und renne, hat er den für euch gemacht damit? Es darf antworten, wer will. Basti? Immer persönlich ansprechen, wir sind so viele Leute, sonst ist jeder so respektvoll und fühlt sich nicht angesprochen, aber dann mache ich das jetzt mal ganz kurz. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt, für mich ist der Käse jetzt gegessen. Ich will auch ehrlich gesagt gar nichts mehr über darüber, Entschuldigung, dies, das, 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 das Thema noch noch fünf Wochen aufwärmen, und hat gesagt, ich bin hier, ich bin in Frankfurt und ich schieße jetzt meine Tore und ich jubel mit euch und das ist das, was im Moment zählt. Für andere romantisierte Vorstellungen, wo Profifußball bin ich aktuell nicht mehr zu haben. Danke. Ja, auch der Rest der Mannschaft jubelt halt mit. Also er hat volle Leistung gebracht von der ersten Sekunde an, du hast auch gemerkt, er will es zeigen. Tor war auch mega, also war halt typisches Kostic-Tor und was aber nach dem Tor halt auch war, also ich glaube, ich weiß nicht, es war glaube eine unterschiedliche Wahrnehmung, ob du es im Stadion oder im Fernsehen gesehen hast. Also ich habe im Block keine Pfiffe mehr wahrgenommen. Mein Freund hat mir was anderes berichtet, im Fernsehen hat man wohl immer noch Pfiffe gehört, keine Ahnung, ob die aus Stuttgart kamen oder tatsächlich noch von der Eintracht-Riege, aber das war schon auch so ein kleiner Pipi im Auge im Moment, auch wie der Rest der Mannschaft alle hingerannt sind und so und das zeigt glaube ich, dass wir über gar nichts mehr diskutieren müssen. Der ist da, der bringt seine Leistung, mega, alles gut. Patricia, wie hast du das gesehen? Ja, also erstmal zum, im Fernsehen hat man tatsächlich Pfiffe gehört, aber ich habe dann auch im Nachhinein, ich dachte dann auch erst, das sind wahrscheinlich Vereinzelte, habe im Nachhinein, aber glaube ich gestern Abend oder so dann auch erst gelesen, dass das wohl viel aus Stuttgart, von Stuttgarter Seite kam. Also ich weiß gar nicht, wie viele da wirklich jetzt aus Frankfurt waren. Haben und aus Frankfurt, also auch wenn immer wieder berichtet wird aus irgendwelchen, sorry ganz kurz, wenn ich da reingehe, aber ich lese es immer wieder, ich finde es auch interessant, dass dann Leute, die offenbar gar nicht im Stadion waren, dann sagen irgendwie, nein, das wäre nicht gewesen, Leute, bleibt ein bisschen realistisch. Am Anfang gab es Pfiffe, ja, auch von Eintracht-Seiten, das habe ich auch gehört, hinter mir und so weiter und so fort. Also es gab es vereinzelt und das ist auch übrigens in Ordnung, ist auch vollkommen legitim, aber man muss auch keine Geschichtsumschreibung, Umdeutung, nur weil es einem irgendwie nicht gefällt oder so. Es gab die Einzelnen, es gibt auch bei uns beispielsweise bei Fußball 2000 in den Kommentaren immer wieder Leute, die immer noch antikostet sind, es ist ein Teil dieser Realität, dem muss man sich auch stellen. Es gab, es war halt einfach so, sorry ganz kurz. Okay, nee, aber gut, gut, dass du es nochmal aufklärt. Beim Tor oder bei der Einwechslung? Nee, bei der Einwechslung. Ja, also bei der Einwechslung klar, ne? Aber beim Tor? Nee, nee, danach nicht mehr. Es gab noch ein, zwei Spielzehen, wo auch noch für Einzelleute gepfiffen haben und dann hat sich das aber gelegt. Also ich finde ja auch, wie gesagt, sorry, jetzt wollte ich Patrizia da gar nicht unterbrechen, aber es war so, dass den ein, zwei Ballgewinnern, nicht Ballgewinnern, so Ballbesitz, die er dann hatte, kostet und dann den Ball weitergespielt, dass da nochmal leicht ein paar Boos waren, aber, beziehungsweise Pfiffe, aber ich habe dann schon gemerkt, dass da offenbar der eine oder andere böse angeguckt wurde und es danach hat eingestellt. Also beim Tor habe ich nur Jubel, da waren plötzlich alle wieder dabei, also da habe ich kein... Genau, aber das war ja genau das, was ich gesagt habe, also mein Freund mir erzählt hat, am Fernseher hätte man auch beim Tor noch Pfiffe gehört. Ja, das habe ich nicht mitbekommen, aber vielleicht war ich selbst beim Tor einfach dann nicht konzentriert auf die Fernsehgeräusche. Wäre beim Tor noch pfeift, naja, gut, aber wie ist es denn für dich, Patrizia? Ist es für dich jetzt auch emotional vorbei, die Kiste? Nee, für mich ist es jetzt in Ordnung, also ich war auch schon vorher jetzt gar nicht so tief emotional drin, muss ich sagen, also für mich war es so klar, das ist, man wüsste gern, was jetzt alles genau vorgefallen ist und für mich war es von Anfang an eine sehr komplexe Geschichte und ich glaube, die Wahrheit ist immer irgendwo so zwischen den Zeilen, deswegen weiß ich nicht genau, ich wollte mir da auch nicht anmaßen, jetzt zu entscheiden, wer jetzt hier wo recht hat, von daher habe ich das so ein bisschen distanziert betrachtet und habe mir dann auch gesagt, gut, die Entschuldigung, ja, wissen wir ja mittlerweile alle, was drin stand und wie, wie das rüberkam, aber ich habe immer gesagt, gut, wenn er das jetzt auf den Platz bringt, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung, das ist ja alles, was wir alle sehen wollen und das hat er jetzt zumindest den ersten Schritt dazu getan und das ist ja, ich will nicht mehr als einfach Kostic auf dem Platz sehen mit der Mannschaft, dass das alles funktioniert, dass scheinbar die Wogen geglättet sind und dass er einfach die Leistung bringt, die er die letzten Jahre auch gebracht hat und sich einfach reinhängt, so, das ist, was ich sehen will, das ist, was er uns auch gegeben hat und deswegen ist das für mich in Ordnung, vor allem auch, weil wir alle um die Wichtigkeit wissen, also man sieht ja auch, was er für einen Einfluss aufs Spiel hat, nach seiner Einwechslung war da ein ganz anderer Zug drin, ihr habt es auch schon gesagt, er wurde ja auch von den Spielern gesucht und ich glaube, das ist ganz wichtig, du siehst ja, was auch die Mitspieler in ihn für ein Vertrauen haben, plus das Selbstverständnis, was er aber auch auf den Platz bringt, also keiner auf diesem Platz hat bis dato einfach so viel Selbstvertrauen in dieses Spiel reingebracht wie Kostic, also er kommt da hin, schießt aufs Tor, macht das Tor und sagt ja, hey, hier bin ich und das ist auch das, was glaube ich der Mannschaft fehlt und was die Mannschaft braucht und er kann, wenn es denn sich so verselbstständigt, dass dann da auch eine gute Leistung bei rumkommt, die Mannschaft glaube ich auch mitreißen, also er ist jetzt nicht so ein krasser Spieler, der jetzt irgendwie viel über Gespräche kommt oder so, aber ich glaube, er kann einfach mit seiner Leistung auch den anderen so ein gewisses Selbstvertrauen geben und das ist glaube ich ganz wichtig und deswegen will ich ihn auch weiterhin auf dem Platz sehen, wenn er so weitermacht wie bisher auch. So ist es und nicht anders. Im Endeffekt ist das genau die Aussage und im Endeffekt genau das, wo es jetzt auch weiter hingehen muss. Weißt du, ich meine, ganz ehrlich, ich habe es ja am Motor auch bei Fußball 2000 gesagt und ich bin ein bisschen irritiert darüber, dass einige wirklich ein Interesse daran haben, diese Geschichten immer noch weiter zu spinnen und auch gefühlt noch mehr daraus machen. Es ist immer noch Fußball, Profifußball. Ich finde das total geil. Ich meine, wir befinden uns ja auch am Ende in einem durchdeklinierten Profifußball-Sport, bei dem es wirklich viel um Geld geht und bei dem Emotionalitäten zwar auf einer sehr subjektiven Art in vielen Leuten da sind und vollkommen zu Recht, aber im Endeffekt ist es halt auch trotzdem Profifußball und ich finde es dann immer so geil, dass dann, ja jetzt bin ich aber beleidigt, ich habe lange beleidigt. Ja, was denkst du denn, was überhaupt hier im Fußball grundsätzlich passiert? Also dieser sehr, dieser sehr enge Blick, keine Ahnung und dann habe ich aber auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass einige Journalisten und Journalistinnen und Kollegen auch persönlich quasi angegriffen sich fühlten von dem Statement, was Philipp Kostic gegeben hat. Also keine Ahnung, das hat mich, oder auch von dem, was Hinti dann im Interview gesagt hat, der ja deutlich gesagt hat, für uns ist der Käse gegessen, Philipp ist ein Teil der Mannschaft und da gibt es auch nichts, aber vielleicht, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber wo es ja dann doch darum ging, dass er dementsprechend ja auch nochmal ausgeteilt hat und da haben sich irgendwie ein paar Leute persönlich angegriffen gefühlt, wo ich denke, ja, aber musst du jetzt am Dienstag immer nochmal nachschießen, willst du jetzt am Mittwoch sagen, so war es wirklich und am Donnerstag so riecht das, so riecht die Toilette von Kostic, wir haben alles rausgefunden und am Freitag die ganze Wahrheit, Kostic hat irgendwann mal bei Instagram dem ACM Mailand gefolgt oder so, wenn es jetzt hier noch mehrere Tage weitergeht, macht es sich auch sehr, sehr viele Leute lächerlich, das will ich auch nochmal ganz kurz sagen. Am Ende kann man den Spieler doch ablesen. jeder sein Ölkännchen in der Hand und gießt nochmal ein bisschen was rein. Also hätte Kostic einfach gesagt, hier, ich bin da, bin froh wieder da zu sein, aber nein, auch nochmal, ja, bei mir müsste sich auch hier irgendjemand, also so nebulöse, jeder gibt hier irgendeinen, auch Hinteregger in seinem, in seinem Interview, was soll das denn da nochmal, ja, also ich weiß, wie es wirklich war und Leute, ne, also, da gießt jeder nochmal ein bisschen Öl ins Feuer. Verstehe ich, das verstehe ich, aber andererseits will ich ganz kurz mal sagen, was ist der Versuch, was ist der Versuch, den Hinteregger da unternimmt, auch wenn ich das jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen ratend von mir, aber am Ende ist das natürlich auch der Versuch, intern wieder zusammenzuhalten. Manchmal ist es genau innen gegen außen, manchmal ist es so, wir machen unser Ding jetzt intern, wir nehmen jetzt diese Wahrheit, die Kostic, mit der wir mit Kostic agieren, da, dann ist dieser, dann ist dieser Griff, wir innen gegen die außen, zumindest in der, der Nukleus ist dann wenigstens wieder voll, fest und bleibt intakt, vielleicht ist das auch so ein Ding, also was immer, es geht immer auch so um Teamstärke, Teamstärken und das ist Teamstärken manchmal auch, wir sind drin und die sind draußen und dann haben wir auch gar keinen Bock. Aber wer ist denn die? Die Medien oder die? Ich meinte jetzt die Mannschaft, die drin, die in Group dann ist. Genau, die Medien außen, aber er hat es ja so hingestellt, als wären auch hier Krösche und Glasner die Gegner und das finde ich halt nicht okay. Aber das ist halt, also eigentlich will ich da auch gar nicht mehr drüber. Aber wie kannst du sagen, dass du es nicht okay findest, wenn du nicht weißt, warum? Und du weißt doch selber auch gar nichts, wir wissen doch alle gar nichts. Ja, aber er doch auch nicht. Er weiß mit safe mehr als wir. Ja, das ist richtig, aber er kennt halt die Kostic-Seite. Aber weiß er safe, was zwischen Lazio, Krösche und Glasner gelaufen ist? No way! Die Wahrscheinlichkeit, dass er das weiß, ist wesentlich höher als das, was wir wissen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das weiß, ist bei allem höher. Also, das ist aber kein Argument, aber er wird es nicht wissen, weil das ist genauso, wie in jedem anderen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, was mein Chef ausbaldowert, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ich es weiß im Vergleich zu dir. Ich weiß es aber trotzdem nicht, weil es einfach nicht mein Business ist. Ja, aber könnte es nicht auch sein, dass er eventuell dann auch als stellvertretender Kapitän dann Teil auch in den Gesprächen mit dabei war, als Schnittstelle zur Mannschaft? Und dadurch vielleicht zumindest Teile mitbekommen hat? Also, ich weiß nicht. es ist ja, wir gucken ja komplett von außen da drauf. Ja, und im Endeffekt, ganz im Ernst, das sind wieder die, wie vorhin bei der Diskussion, Fans, ja, komme ich ins Stadion oder nicht? Ja. Es ist doch jedem überlassen, durch die Aktion, Philipp Kostic jetzt nicht mein Lieblingsspieler zu haben. Ist doch okay. Vollkommen fein. Musst du ja kein Kostic-Trikot kaufen. Es gibt auch Spieler in der Mannschaft, die mag ich gerne als andere. Das hat der Fußball so an sich. Ich bin ja gar nicht auf der Kontra-Kostic-Seite. Null. Ich rede auch nicht mit dir. Also, ich rede jetzt nicht, ich mache dir jetzt keinen Vorwurf in dem Sinne, dass du es gesagt hast, sondern ich sage einfach diese allgemeine Diskussion. Zu denken, dann ist halt jetzt jemand sau auf Kostic. Ja, okay. Ist doch okay, kauf dir. Dann macht ihr halt so aufs Trikot. Ja, und vielleicht dauert es bei manchen noch länger, bis sie das wieder akzeptieren können. Und wir haben es ja auch schon aufgedröselt, zu sagen, wenn eingewechselt wird, dann hast du als Fan die Möglichkeit zu pfeifen. Das ist als Fan so. Du hast nicht viele andere Kanäle, um wirklich direkt deinen Unmut über gewisse Dinge zu äußern. Deswegen kannst du es machen. Aber ob dann im Spiel gepfiffen wurde, weiß ich nicht. Aber man sagt ja, ja, es ist ja dann Gott sei Dank auch irgendwie dann abgeebbt und er hat die richtige Antwort gegeben. Und deswegen finde ich, die Leute, also für mich persönlich, es ist das Wichtigste, dass die Mannschaft ihm verzeiht. Und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das aus Gründen macht, die dafür sprechen, dass eben nicht alles einseitig von Kostic ausging, sondern dass da einfach so viele Parteien in so einem komplexen Gebilde miteinander gesprochen haben. wie viele Parteien haben wir denn? Wir haben Bobic, wir haben Glasner, wir haben wahrscheinlich sogar noch Hütter, wir haben Krösche, wir haben Lazio, wir haben einen Berater, wir haben Kostic selber und wir haben die Mannschaft der Eintracht. Das sind, wenn ich es jetzt richtig mitgezählt habe, acht Parteien, die da in irgendeiner Weise zusammenwirken. Und keiner von uns weiß ganz genau, was an diesem Tag, als er dann gesagt hat, nicht komm, nicht passiert ist. Kein Mensch weiß es. Und gerade die Berater kommen mir in dieser ganzen öffentlichen Diskussion viel zu schlecht weg. Wer weiß, was die da kommuniziert haben. Vielleicht haben die auch einen Keil zwischen die Eintracht und Kostic getrieben, indem die gesagt haben, hier Digga, zu schlecht weg, die kriegen nix ab oder zu schlecht weg, die kriegen zu viel ab? Die kriegen zu wenig ab. Ah ja, okay. Weil es wird immer nur über Eintracht versus Kostic, Kostic versus Fans. Im Endeffekt kann hier auch irgendwie der diabolische Nachbar stehen und guckt über den Zaun und sagt, ha ha ha, guck mal, wie die sich alle streiten, so bla bla. Weil er derjenige ist, er hat das allergrößte Interesse, dass Kostic wechselt, weil er so als Berater nur mitkassieren kann. Und im Endeffekt hat Marvin aber schon recht, das muss jetzt auch mal gut sein. Wollen wir das jetzt alles auftröseln? Und Hinti ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er sich vom Interview ganz genau wie Philipp Lahm überlegt, wie er jetzt was glatt formuliert. Das haben wir bevor er zu uns kam, schon gemerkt, als er über Manuel Baum gesprochen hat. Finde ich auch gut, dass er sagt, hier, ich bin Spieler dieser Mannschaft und wir wollen jetzt unsere Ruhe. Er ist sogar kein Klienten gewesen, weißt du? Ich meine, das war ein Statement. Wir wollen jetzt unsere Ruhe. Aber wir sind eine Mannschaft, wie Marvin es gesagt hat, diese Enrique Hinti, diese Fußballmannschaft, will ihre Ruhe haben, was das betrifft, hat entschieden, wir verzeihen dir, haben die vorher schon gemacht, als noch klar war eigentlich, dass er wechselt. Und haben das übrigens bei Younes nicht gemacht. Und da kommt für mich das Entscheidende ins Spiel, zu sagen, okay, wie hat Kostic sich verhalten? War das wirklich so asozial? Und wie hat Younes sich verhalten? Das war scheinbar asozial genug, dass die Mannschaft sagt, nee, wollen wir nicht mehr. So. Und da kommt es für mich ins Spiel zu sagen, da vertraue ich einfach dieser Mannschaft und ich habe mich bestätigt gefühlt durch den Jubeln am Tor. Der ja auch nicht nur von der Mannschaft, sondern auch vom Trainer kam, der ist ja auch wild jubelnd quasi in den Mittelkreis gelaufen. Tut gut, mal wieder so einen Trainer zu haben, der sich über den Tor freut. Das stimmt allerdings. War aber auch echt ein geiler Moment. Also das ist schon für die, auch wenn die Saison noch nicht so alt ist, bis jetzt der Moment der Saison. Das ist richtig, ja. Stimmt, ja. Auf jeden Fall. Nee, weil vielleicht kommt ja nicht mehr viel. Vielleicht bleibt das ja. Das war jetzt bitte 1-0 nach einem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe mal nicht. Das 1-0, wo man dann am Ende noch 1-1 spielt. Aber das war so das Highlight der Saison. Das ist der Moment der Saison, ja. Ach, erinnert ihr euch? Bitte nicht. Bitte nicht. Haben wir noch 1-1 gespielt? Bitte nicht. Und dann ist Kosti im Winter zu Lazio rumgegangen. 5 Millionen. Zusammen mit Martin Hintegger. Aber war ein Zielgut-Moment für den Moment. Nein. Wir machen das Ding jetzt mal zu mit Kosti und ich glaube, also mein Hot-Take ist, Kosti bleibt und verlängert noch, macht einen Rentenvertrag bei der Eintracht. Aber darauf könnt ihr mich dann irgendwie in einem halben Jahr festnageln. Vielleicht läuft alles anders. Ich bin mal in meinem naiven Optimismus, ihr kennt mich hier genau so. Hast du nicht eben noch das Statement losgelassen, ich bin für Fußball-Romantik nicht mehr zu haben? Ja, aber das ist ja schon wieder fünf Minuten her. Nein, aber es kann ja auch sein. Nein, du hast vollkommen recht. In begrenzten Maße. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass sich das durchaus finanziell ja, wie soll ich sagen, rentieren kann. Aber ich glaube, der große Moment der Saison steht uns am Donnerstag bevor. Weil ich glaube so ein bisschen, dass das raketenzündende Spiel für den für den weiteren Verlauf werden könnte. Wenn es wie läuft? Jetzt noch 3-0 zu dir drin, nee. Ja, dann kann das auch dann kann das auch ein raketenzündender Moment sein. Allerdings ist das dann eine sehr unkontrollierbare Rakete wahrscheinlich. Aber das ist doch, eigentlich ist doch das Drehbuch, das ist doch schon so ein bisschen, so ein bisschen ist es angerührt. Nö, ist Donnerstagabend, dunkel draußen, Flutlichtspiel, türkischer Verein kommt. Also irgendwie stehen, keine Ahnung, ich habe Bock auf dieses Spiel und ich habe Bock, dass das das erste Spiel wird, wo die Eintracht mit einer Aufstellung, mit der sie auch die nächsten Spiele bestreiten kann, irgendwie reingehen kann. Wo die Leute mal zwei Trainingseinheiten wenigstens miteinander hatten. Wo irgendwie mal erkennbar ist, ist das vielleicht doch was miteinander funktioniert und das so viel Power und Mut und Selbstvertrauen gibt, dass wir danach in der Bundesliga durchstarten. Das ist so, keine Ahnung, ob ich da jetzt zu großer Fußballromantiker bin, aber ich, das ist momentan meine Stimmungslage für Donnerstag. Wie ist denn die Stimmungslage so bei den anderen? Basti, wie ist denn deine? Ach, es ist noch gespalten. Diese ganzen Gefühle, die ich anfangs hier beschrieben habe, was die Stadionbesuche und diese ganze Saison an sich auch betreffen, gehen ja nicht bis Donnerstag weg. Aber Alex hat schon recht, dass man ja auch selber, weiß ich nicht, selber in irgendwelchen, wie soll man es sagen, Zeiten, die so eine gewisse Bleianheit haben, sich auch immer wieder Momente sucht, wo man flieht. Und vielleicht kann das am Donnerstag einer sein, wo man sagt, okay, man trifft sich vorm Spiel mit seinen Boys und danach macht man vielleicht noch irgendwas. Donnerstag ist der kleine Samstag. Kann schon sein, dass ich Spaß haben werde, aber ich fühle es jetzt, also es fühlt sich nicht für mich an wie Europapokal. Es ist nicht so zu denken, also das Gefühl vor diesem Fenerbahce-Spiel ist nicht zu vergleichen mit dem vor, weiß ich wie, vor dem Lazio-Spiel oder sonst irgendwas. Ist klar. Ja, weiß ich nicht, vielleicht kommt das auswärts bei mir dann, wenn ich so irgendwo, ich habe ja alles drei gebucht, wo die Eintracht draußen spielt. Vielleicht kommt es da, ich bin gespannt, ich weiß es selber nicht, ich schwimme gerade einfach auch so ein bisschen mit. Ich gucke mir an, wann ich wie rauf, wo Bock habe, aber das ändert sich halt auch. Du musst doch einfach vor dem Spielen ein Bierchen trinken und lass dich von mir mit anzünden. Ich habe da Bock drauf, dass das so läuft. Und ich brauche jetzt mal was Gutes und ich möchte jetzt mal sehen, dass das, was man in die Neuzugänge auch rein interpretiert, was da passieren kann, dass das auch Wirklichkeit wird. Marvin, wie ist deine Stimmungslage? Ach, ich freue mich, ich freue mich, ich nehme das, ich freue mich einfach. Ich bin noch nicht komplett durchgehypt und muss auch erst mal den Hype-Train für diese komplette Saison finden. Wie gesagt, da spielen aber bei mir auch einfach sehr ein paar andere Situationen mit rein bezüglich Fußball. Keine Ahnung, finde ich alles gerade sehr, sehr schwierig. Ich finde auch diese, ja, ich will jetzt nicht über Katar wieder anfangen, aber das nervt mich ehrlich gesagt auch, die Doppelzünglichkeit von vielen Verbänden. Schwierig, aber ich freue mich auf jeden Fall einfach auf die Europa League. Ich habe da Bock drauf. Wir haben eigentlich einen geilen Gegner, ja, Ferna Bacu Istanbul ist ein super attraktives Los, finde ich. Und ich will, ja, also auf diese Partie freue ich mich einfach und habe Bock und es ist auch geil, weil es ist halt Flutlichtfußball. Das ist halt auch nochmal, da kitzelt es bei mir besonders, ja, und es gibt Spieler wie, keine Ahnung, Mesut Özil, werden wir sehen, den wunderbaren Max Meier. Krass, auch Max Meier spielt mittlerweile dort. Der ist jetzt 25, das müsst ihr euch mal geben. Also wie gesagt, also Mesut Özil sehe ich gerne, freue ich mich, mal gucken, wie der Sturm dann dementsprechend agiert, da sind ja auch so ein paar Leute dabei. Leider nicht Serdar Dursun, den hätte ich ja sehr, sehr gerne gesehen, aber der ist wegen einer Verletzung raus. Also da sind, das sieht spannend aus, übrigens auch Luis Gustavo, die Älteren werden ihn kennen, früher mal bei Bayern gewesen. Ich hatte mir auch den Kader angeguckt und war auch total irritiert. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass der dahin gewechselt ist. Naja, und Gustavo ist, glaube ich, schon recht lange dort. Ja, absolut nicht mehr auf dem Schirm. Geiler Spieler, vielleicht kann er wieder ein Eigentor schießen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, also darauf freue ich mich und das Stadion wird auch nochmal einen anderen Vibe haben. Die Karten gingen ja, glaube ich, recht schnell, wenn das jetzt überhaupt mit der Kartenverteilung alles geklappt hat, da gab es ja doch einiges hin und her, und sehr viel Kontroverse. Also man könnte sagen, das ist ja mein Aquila-Inzident. Ja, die Gäste-Fan-Karten waren ja relativ schnell weg. Ich glaube, aber auf Eintracht-Seiten waren noch so ein paar Restkarten. Also eigentlich hätte, glaube ich, jeder schnell Karten haben wollen und aber nicht Karten haben können, weil dadurch diesen Bestellprozess gab es einige Unwägbarkeiten, die unter anderem auch Carsten Scheller und der von mir geschätzte Kollege auf hessenschau.de da nochmal klargestellt beziehungsweise recherchiert hat. Keine Ahnung, mittlerweile dürften relativ viele ihre Karten haben. Ich weiß nicht, ob ausnahmslos jeder, aber ich glaube, der Drang dahin oder beziehungsweise der Wille dahin zu gehen ist recht groß und ich freue mich einfach, Patricia, wie ist es bei dir? Hast du da auch Bock drauf? Ja, es ist ein anderes Bock haben als vor Corona in den Euroleague-Saisons, das ist, glaube ich, klar. Aber es ist aktuell noch so, ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert, dass Euroleague schon wieder losgeht. Das ist der eine Punkt, weshalb ich, glaube ich, noch nicht so komplett euphorisiert bin, aber ich kann auch das, was Alex gesagt hat, nachvollziehen. Also ich hatte mir das auch schon so ein bisschen ausgemalt, von wegen, was passiert, wenn man da jetzt wirklich mal einen geilen Abend irgendwie hinlegt und richtig gut performt und das dann so den Aufschwung gibt für die weitere Saison. Das kann ja passieren und ich glaube, das habe ich mir auch schon so ein bisschen romantisch ausgemalt. Also dahingehend bin ich dann schon ein bisschen gehypt. Zu dem Thema Karten nochmal im Chat wurde es gerade eben auch schon hier heftig diskutiert, dass zwar viele Leute Karten irgendwie abgerufen haben, sie jetzt aber über diesen Zweitmarkt-Ebay-Kleinanzeigen gerade eben wohl teilweise zu horrenden Preisen fertig. Alter, das ist doch eine Frechheit. Ey, Leute, ganz ehrlich, was soll denn die Scheiße? Es gibt echt viele Leute, die hinwollen. Es gibt eben echt viele Leute, die sich auch erfolglos um Karten auch bemüht haben. Diese Ebay-Scheiße ist echt eine Frechheit. Also ganz ehrlich, wow, das wusste ich gar nicht. Ich habe es nicht mitbekommen, aber das ist natürlich... Das ist schon... Doch, das hat der Vorsitzende vom Fenerbahce-Fanclub gestern Abend schon im Heimspiel erzählt, dass darüber auch viele Fenerbahce-Fans zu horrenden Preisen Tickets gekauft haben. Aber es gab mal Zeiten, in denen war die Eintracht da extrem gut hinterher. Hinterher, ja. Tickets, die sie auf Ebay Kleinanzeigen irgendwie ausfindig machen konnten, gesperrt, die Plätze dafür zugemacht und so. Ein bisschen Nachsicht muss man haben. Ich habe ja über Kleinanzeigen gesehen, es werden sehr viele Playstation 5s dafür angeboten, also von daher. Okay, auf dem Level von Preis sind wir jetzt schon angekommen. Respekt. Ich habe tatsächlich zwei Anzeigen gesehen, tausche Playstation 5 gegen zwei Karten. Also gegen zwei Karten? Ja. Wo ist der Schwarzmarktpreis für die PS5 aktuell? 800 Euro, das wäre dann pro Karte 400 Euro, das wäre schon geiler Preis. Okay. Ja. Respekt. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass auch da nochmal die Stimmung im Stadion eine komplett andere sein wird, weil wir können davon ausgehen, dass die Fenerbahce-Fans, die sich da Karten gekauft haben, dass die auch sehr lautstark ihre Mannschaft anfeuern werden. Also es wird nochmal eine Nummer anders werden, was Stimmung angeht. Ich bin tatsächlich auch sehr motiviert auf dieses Spiel. Ich habe da richtig Bock drauf, weil ich auch glaube, dass es von beiden Mannschaften schon auch so ein bisschen offensiv interessant wird. Fenerbahce hat jetzt bislang von den vier Ligaspielen, die sie gemacht haben, drei gewonnen, eins unentschieden gespielt, wo sie ein bisschen Pech hatten wohl am Wochenende. Die werden hoch motiviert da sein. die Eintracht wird, meine ich, oder glaube ich, schon auch ein gewisses Interesse haben, da jetzt nicht das Ding komplett abzuschenken. Aber da wäre ich jetzt auch mal so interessiert, was glaubt ihr denn? Gehen wir da mit vollem Risiko rein und direkt das erste Gruppenspiel auf Sieg gehen? Oder wird es dann eher so ein, ja, lass mal gucken, am Sonntag kommt Wolfsburg, oder am Sonntag müssen wir nach Wolfsburg, lass mal hier nicht die volle Energie abreißen. Was glaubt ihr denn, in welche Richtung es läuft, Patricia? Nee, ich glaube nicht, dass man da irgendwie auf Wolfsburg Rücksicht nimmt. Also so wichtig die Bundesliga auch ist, aber ich glaube, Euroleague, da muss man auch mit, ja, vollem, mit voller Kapelle reingehen. Also ich glaube, das können die Spieler auch gar nicht anders. Die freuen sich da auch drauf. Das ist ja so ein bisschen der Lichtblick in den Bundesliga-Alltag. Dann hast du, der kann vielleicht mal öde sein, vor allem dann auch doof, wenn du irgendwie bisher noch nicht so wirklich Leistungen gebracht hast und dann in so einer Situation bist, wo du dich irgendwie rauskämpfen musst und dann ist es ein anderer Wettbewerb. Also Euroleague ist halt so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der schillerndere Wettbewerb und auch für die Spieler. Also die wollen sich ja auch europäisch zeigen und das ist ja eine ganz andere Bühne. Ich glaube schon, dass das gar nicht möglich ist, da sich so ein bisschen zurückzunehmen und ich glaube auch nicht, dass Glasner das vorhat. Also würde mich zumindest wundern. Ich wollte ja schon fragen, ob René irgendwie in die Glaskugel geschaut hat oder ob wir das Spielchen verpasst haben von der Eintracht, die alle verloren gegangen sind in der Europa League und wir jetzt nicht mehr mit Vollgas geben. Also ich meine, das erste Spiel, ich glaube, da brennt die Hütte und ich glaube, da ist alles dabei. Außerdem ist es ja auch noch nicht, es ist jetzt noch nicht so, als wären wir jetzt tief in der Saison drin. Also wenn die Spieler da nicht motiviert sind, also das kann ich mir nicht vorstellen, da geht Voller Lotte auf jeden Fall alles. Das ist genau das, auch der Triggerpunkt, warum du einige Leute auch hierher bekommen hast. Ein Heuge wird auf jeden Fall einigermaßen mehr motiviert gewesen, sein hierher zu kommen, wenn er wusste, weil er wusste, dass international gespielt wird. Ein Lindström kriegst du auch damit besser bekommen. Ein Summers ebenfalls. Ein Summers? Summers heißt er, glaube ich. Ja. Insofern, also ich glaube, das sind alles motivierte Spieler. Insofern, abgesehen davon, dass du vielleicht in die Glaskugel geschaut hast und sonst eine düstere Zukunftsprognostizierst, gehe ich schon davon aus, dass da hier volle Lotte gefahren wird und dann ist es scheißegal, ob Sonntag Wolfsburg ist. Meine Meinung. Basti, du hattest gerade angesetzt. Ich musste bei der Frage, ich habe irgendwie gedacht, ich hätte die Frage falsch verstanden, weil wir haben, Alex hat es ja schon beschrieben, dass wir zumindest unter den Voraussetzungen, die da sind, und zumindest so eine Magie probieren zu simulieren zu müssen und dass man dann sagt, okay, man schenkt dieses Spiel ab, habe ich irgendwie gedacht, ich hätte irgendwas nicht mitbekommen, deswegen musste ich da kurz nachdenken. Nee, also wenn du so früh in der Saison deine Kräfte einteilen musst, dann muss sowas in der Vorbereitung einigermaßen schief gelaufen sein. Das ist ein guter Punkt, ja. Wie wollt ihr denn dann aufstellungstechnisch in dieses Spiel gehen? Da habe ich ja auch schon die unterschiedlichsten Varianten mit Dreierkette, Fünferkette, Viererkette gehört. Was ist denn so euer präferiertes Votum an der Stelle? Alex, fang du doch mal an. Ui. Ui, ja, ui. Fangen wir hinten an. Ich finde hinten die Viererkette super. Also ich würde tatsächlich dabei erstmal versuchen zu bleiben. Würde auch genau mit der Startformation reingehen, wie wir sie jetzt gegen Stuttgart gesehen haben. Und würde aber im defensiven Mittelfeld auf jeden Fall auf Jakitryer bauen. Und da, genau, wahrscheinlich würde Rustic zum Opfer fallen. Ja, aber, genau, das wäre hintenrum auf jeden Fall mein Favorit. Das heißt, du würdest mit Durm auch weiterarbeiten? Ja. Okay. Ich frage nur, weil, wie gesagt, ich werde, glaube ich, auch in 2021 immer wieder die Rechtsverteidigerposition zumindest mit euch besprechen wollen. Weil auch da auch das Spiel gegen Stuttgart erschien mir nicht wirklich golden. Hat auch viel Pech gehabt, ist total oft auch ausgerutscht in entscheidenden Situationen. Das war alles ein bisschen unglücklich. Keine Ahnung. Also während ich schon das Gefühl habe, dass Lenz auf seiner Position als Linksverteidiger wirklich einen ordentlichen Job macht, habe ich immer noch ein bisschen Bauchschmerzen mit Durm, der aber eine gute Rückserie letztes Jahr gespielt hat. Das muss ich ihm geben. Wie gesagt, bin noch nicht hundertprozentig dafür. Ist es denn bei jedem so, würde jeder hier weiterhin auch Durm als Rechtsverteidiger einsetzen? Wen würdest du denn stattdessen sehen? Also oft ist es ja auch so, dass man so das kleinere Übel wählt. Die Frage würde ich jetzt stellen, wie fit ist Touré? Ja. Das wollte ich auch gerade fragen. Ja. Aber wenn Touré fit wäre, wäre er meine erste Wahl. Wenn er nicht fit ist, kommt dann für mich momentan tatsächlich schon Durm als erste Alternative. Leider. Ich finde es schwierig, weil diese Viererkette, ja klar, ich muss fast sagen, durch diese Viererkette müssen wir ja mit Lenz und einem dieser durchschnittlichen Rechtsverteidiger spielen. Das heißt, du hast durch die Viererkette bist du gezwungen, zwei durchschnittliche Spiele aufzustellen. Das führt bei mir dazu, dass ich fast gerne wieder mit Fünferketten spielen würde. Kann ich verstehen. Weil dann hätte ich Aber wen hast du dann auf rechts? Dann würde ich tatsächlich Da Costa nehmen. Aus alten Europapokal-Vibes, die ich noch habe. Und der Hoffnung, dass wenn er Zutrauen spürt, wie da zumindest mal in Ansätzen in diese Form kommen kann, in der er schon mal war. Mit Hasebe in der Mitte, hinter Egan Dika. Weil dann habe ich mit Da Costa nur einen durchschnittlichen Spieler drin. Es liegt tatsächlich am Personal, nicht am System. Weil ich finde, Lenz auf links und egal wer von den vier auf rechts, das ist so, ja, mein Gott. Das ist der Gedanke, aber ich gehe mit euch, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird. Ich wollte diesen Gedanken nur mal kurz äußern. Ich gehe mit der Viererkette mit. Das ist nachvollziehbar, wobei ich Lenz jetzt nicht so schlecht gesehen habe. Sag doch nicht, René, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es gibt immer nicht mehr Schwarzweiß. Es geht um die Klasse. Ein gutes Spiel gemacht, aber es geht so ein bisschen um die Klasse. Und die Frage ist, was kannst du maximalst möglich auf den Platz bringen? Und von dem Punkt betrachte, dass du natürlich sagst, du lässt in dem System notgedrungen ein gewisses Potenzial halt auf der Bank, weil du es in dem System sonst nicht unterbekommst. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen abhängig von der Entwicklung von Jakic. Weil wenn du eine stabile 6er, 8er Kombi hast mit Jakic und so, dann glaube ich, funktioniert es auch mit der 5er-Kette wieder besser. Ja, aber in der 5er-Kette ist ja auch sowieso, gibt es ja auch zwei zentrale Nutzelspieler hatten wir sowieso immer. Ist ja egal, ob 4er. Genau, aber die hast du halt mit Rustic und so, ist eine komische Besetzung. Ja, das kannst du nicht machen. Ja, aber das ist ja unabhängig von 4er oder 5er. Hasebe ist... Also ich bin beide, ich bin, aber Alex, die Doppeldecks muss für die nächsten Wochen Jakic und so heißen. Egal, 5er, 3er, 2er, 9er- oder 20er-Kette. Also, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Was denn, wenn Rode zurückkommt? Ja gut, das wird dauern, aber ich habe ja gesagt, die nächsten Wochen. Wenn Rode zurückkommt, bin ich froh, dass er sowohl Sow als auch Jakic, weil er quasi so ein Mittelding aus beiden ist, beide ersetzen kann. Weil ihr habt es schon gesagt, momentan sind die beiden Backups Ilseannkorn und Rustic. Dann werde ich sehr froh sein, wenn Sebastian Rode wieder fit ist. Ja. Ich glaube, die Frage von Alex ging eher so in die Richtung, ob damit dann automatisch Jakic rausrotiert und Rode da wie der Stamm spielt, oder? Ich glaube, das wird die Zeitzeiten. Da gibt es ja gerade ganz viele Stimmen, die irgendwie so in die Richtung tendieren und sagen, boah, ja. Ja gut, aber da muss man auch mal bremsen. Wie lange haben wir den jetzt gesehen? Ich war auch sehr begeistert und wenn du mir einen tätowierten Kroaten hinstellst, dann bin ich der Erste, sag geil, Alter. Was eben ist manchmal sehr einfach zu überzeugen. Aber locker bleiben. Und dann auch noch aus dem Ort. Aber locker bleiben, zu denken, die paar Minuten, die er da jetzt gespielt hat, zu sagen, dann wird der Rode verdrängen, ja Leute, chillen, 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 chillen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das so ein bisschen die Zeit zeigen muss. Die haben auch genug Spiele, Leute. Also es wird keine Stamm, Stamm, Stamm 11 geben. Es wird immer wieder rumgewechselt. Tutor wird auch irgendwann wieder auftauchen. Du wirst, wenn du Europapokal spielst, zwangsweise hast du eine Stamm 11 von 14 Leuten und nicht von 11. Genau. Der Kader hat 31 Spieler, also da ist genügend Möglichkeit zum Durchrotieren drin. Aber mit was gehen wir da jetzt? Wir sind doch fünf Leute heute. Wir können doch alles demokratisch abstimmen. Ich glaube, Lenz, ein dicker Hinteregger sind klar, Trapp auch. Wie ist denn die Abstimmung auf dem Rechtsverteidigerposten hier? Also für mich ist es aus Mangel an Alterheit, ich würde es wahrscheinlich schon dumm werden. Das ist halt einfach so. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir in den letzten, und ich meine, wir reden hier schon wieder auch teilweise sehr positiv aufgrund der letzten 30 Minuten. Du musst aber auch schon mal sehen, dass so richtig viel Geiles in den Spielen zuvor nicht zusammenging. Und ehrlich gesagt, das ist auch nicht so, als hätte Lenz, der sehr gute Ecken schießt, also der zumindest gute Ecken schießt, aber auch nicht durch Flankenhäufigkeit, die zum Ziel führt, geglänzt. Und bei Durm ist es leider offensiv auch nicht so. Deswegen ist es halt, deswegen konnte ich deine Sympathien für die Dreierkette schon durchaus nachvollziehen. Trotzdem, ich weiß, es wird nicht passieren. Ja, gut, aber wenn du natürlich dann das Thema hast, dass du einen Kostic auf links und einen Höge auf rechts hast, dann müssen die da vielleicht auch gar nicht unbedingt Flanken machen. Das ist richtig. Dann bleiben wir dabei, dann nehmen wir Durm auf der Rechtsverteidigerposition, wir gehen mit Sow und ich würde trotzdem sagen, Ja, Kitsch, ich will nicht das Experiment Rustic nochmal haben. Nee, finde ich, finde ich funktioniert nicht, weil du damit dann automatisch, weil der Kerl immer nach vorne rennt, so immer in dieser defensiven Position hast und damit hast du auch wieder dieses Thema, dass du Ressourcen und Potenzial, was da ist, halt einfach falsch verwendest. Bringt nichts. Ja, und er ist nicht so zweikampfstark einfach. Rustic ist halt, also der, viele Sicherheitspässe, Zweikampfquote von 20 Prozent. Du hast gemerkt, dass er nicht so wirklich in diesem Spiel war. Wie gesagt, er hat seine Qualitäten. Ich würde ihn viel gerne, viel lieber auch nochmal öfter mal weiter offensiv sehen. Ich glaube, da kann auf jeden Fall ein richtig guter Spieler daraus werden. In dieser Position ist er halt für das Niveau und Fenerbahce ist jetzt auch nochmal eine andere Mannschaft. Tue ich mir dann einfach dementsprechend schwer. Ja, ich weiß auch nicht, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch der andere bei Fenerbahce dabei ist, der auch so ein bisschen robuster in so einen Zweikampf geht. Ich glaube, Jakic ist dann auch der, der durchaus dann da gerne mal dagegen hält. Ja, völlig übertrieben, aber wir sind ja auch Fans und wir analysieren es ja nicht nur, ich habe richtig Bock auf den. Ich habe richtig Bock auf den. Diese paar Sachen waren natürlich noch nicht viele Minuten, aber Jakic und So. Das kann ein echt geiles Duel werden. Sehr, sehr, sehr. Das wird ein richtig geiles Duel. Allein, was du in den 30 Minuten gesehen hast, wie er Zweikämpfe führt, wie er Dinge auch spielerisch löst. Also ich bin da auch sehr angezündet bei dem Spieler. Und So muss man auch immer wieder erwähnen, weil mittlerweile ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass er absoluter Stammspieler ist. Das war er nicht die ganze Zeit. Der wird auch immer besser. Der hat auch noch Luft nach oben, aber So ist unser Mittelfeldspieler. Würde ich momentan auch so sehen. Wobei, wenn wir jetzt gerade auf das letzte Spiel gucken und ein bisschen weiter nach vorne im Mittelfeld gucken, hat sich auch Kamada als einen sehr wichtigen Mittelfeldspieler herauskristallisiert. Deswegen, wenn wir in so einem 4-2-3-1 denken, was ja so das ist, was man vielleicht hat. Oder vielleicht auch dann jetzt ein 4-2-2-2. Das wäre jetzt die Frage, wie sieht denn eure Offensiv-Thematik aus? Marvin, eine Stürmer oder zwei Stürmer? Ja, das ist jetzt schwierig. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, ich fand, dass Kamada einen sehr guten Job gemacht hat. Also alles, hat einen sehr guten Job gemacht, bis zum Abschluss. Der Abschluss war teilweise erneut, das waren echt Schüsschen, die auch nur das Wort Schüsschen verdient haben. Leider, aber alles bis dahin. Das ist richtig, aber er war an... Ja, lass mich doch einfach mal ausreden. Entschuldigung. Also Kamada war bis dahin extrem stark und war einer der, die zentrale Figur, extrem umtriebig, hat eine herausragende Quote gehabt. Der hat, also die allermeisten wichtigen Pässe kamen an 78 Prozent Passquote gehabt. Ne, 74 Prozent Passquote gehabt. Für seine Verhältnisse auch eine brutal gute Zweikampfquote mit 78 Prozent. Aber das Einzige war der Abschluss. Deswegen kann ich ihn emotional gar nicht auch rausstellen. Und deswegen muss ich sagen, er bleibt weiter für mich in diesem, in dieser Position. Vielleicht drückt er ein bisschen vor als hängende Spitze. Also für mich war Kamada wäre auch gesetzt nach dem letzten Spiel. Der hat ein super Spiel gemacht, den würde ich auf jeden Fall... Der findet ein Plätzchen in der Mannschaft oder in meiner Aufstellung. Also ich würde... Ja, Jakic haben wir ja schon etabliert. Ich würde Boree für Lindström reinholen und da muss es halt ein bisschen neu sein. Und dann mit zwei Stürmern spielen, das heißt Kamada geht tendenziell auch mehr so auf die rechte Außenbahn dann raus. Ja, wir müssen das jetzt mal sortieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir anordnen wollen, weil... Eigentlich... Ich hätte zwei Optionen, die ich einwerfen würde. Für mich sind Kostic Kamada gesetzt und dann gibt es die Möglichkeit, dass du Kamada in die Mitte ziehst und mit Hauge auf rechts und Boree in der Mitte, also als einzige Spitze, an den Start gehst. Oder du gehst mit Kamada Kamada tendenziell über rechts und hast in der Mitte Boree und Lamas. Das wären so meine zwei Optionen, wobei, wie gesagt, für mich wären in der Offensive Kostic und Kamada gesetzt. Bei mir ist Kamada eigentlich draußen. Ich weiß nicht, ich übe mich jetzt mit ihm nicht warm. What? Okay. Also bei mir spielt links Kostic, rechts Heuge und in der Mitte Lamas und Boree. Das ist meine Aufstellung. V-V-2. Patrizia, was meinst du? Ja, bei mir nicht. Ich bin auch, also Kamada weiterhin auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das ein Spieler ist, der ganz gut zu Glasners Idee vom Fußball passt. Also von daher hätte ich den weiterhin gern drin. Hat mir auch sehr gut gefallen gegen Stuttgart. Ich kann aber auch den Ansatz mit Boree verstehen, weil ich den auch sehr, sehr gerne mal mit Lamas zusammen sehen würde. Ich würde jetzt irgendwie vielleicht einfach darauf spekulieren, dass man das dann durch Wechsel irgendwie mal ausprobiert zumindest, weil ich das auch gerne mal sehen würde. Aber ich glaube, ich würde mit Kamada gehen und Kostic und Hauge und vorne Lamas und dann irgendwie drauf hoffen, dass Kamada seine genialen Momente hat. Dann vielleicht da so den Platz erspielt einfach. Kostic schön auf Kostic legen. Kostic gibt die Hereingabe perfekt auf Lamas und der schafft es diesmal mit dem Abschluss und dann ist alles top. Also das ist meine Offensive, glaube ich. Das Gleiche, was ich für Rode, Jakic und sonst irgendwas gesagt habe, geht ja für die Offensive auch. Es ist ja gut zu wissen, dass wir dort Spieler haben, die man einfach hin- und hertauschen kann auch, ohne dass der Qualitätsverlust riesig wird. Wir haben ja voll viele Möglichkeiten da vorne und das ist auch gut so, dass Lundström jemanden, der auch immer wieder reinkommen wird, Barcog wird eventuell noch mal seine Chance bekommen. Da zweifle ich langsam leider ein bisschen. Aber da ist schon viel los und selbst Rustic ist jemand, den ich eher als Kamada-Ersatz sehen würde, als irgendwie auf irgendeiner Doppelsex. Also von daher gehen uns, glaube ich, da die Möglichkeiten nicht aus. Ich muss, glaube ich, selber auch lernen, dass das mit Younes richtig ist, dass es vorbei ist. Dauert bei mir noch ein bisschen, weil eigentlich hätte ich das Riesen-Bock auf den gehabt. Als Fußballer. Ja. Ist jetzt aber nicht so. Naja. Zwischenzeitlich eher in der Türkei gesehen. Ja. Aber gut. Soll nicht so sein. Okay. Aber da haben wir jetzt ja verschiedene Optionen. Können wir den Leuten in den Kommentaren ja mal überlegen lassen, was ihre Lieblingsoption ist. Aber es ist ja gut, dass wir jetzt genau diese Möglichkeiten jetzt haben. Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach, weil sich noch keiner ... Also bei Kamada ist es bei mir, glaube ich, auch eher die Hoffnung, als wirklich die Überzeugung, dass das das Beste ist. Aber der hat einfach ein gutes Spiel letzte Woche gemacht. Letzte Woche, letztes Spiel, ein gutes Spiel gemacht. Und deswegen wünsche ich mir, dass das vielleicht weiter so nach oben geht. Aber es hat sich da vorne noch keiner so richtig, jetzt mal mit Ausnahme von Kostic, und Hauge vielleicht auch, so richtig etabliert. Ich meine, Borey hat die ein oder andere Chance vergeben. Damals hat jetzt auch nicht den Top-Einstand gehabt. Also so richtig festgespielt hat sich da vorne noch niemand. Und deswegen sind, glaube ich, die Optionen momentan auch noch so vielfältig. Ich glaube, das wird sich im Laufe der Saison noch mehr rauskristallisieren, bei wem es irgendwann ins Rollen kommt und bei wem eher nicht. Und ich fürchte, dass ... Trotzdem, was René vorhin angerissen hat, war ja auch, ich meine, wir spielen ja jetzt ziemlich zeitnah nochmal dann gegen Wolfsburg. Also von daher wirst du da wahrscheinlich auch entweder im Fernsehbetischen Spiel oder dann in Wolfsburg Spiele die ein oder andere Rotation sehen. Das ist ja auch okay, weil Alex hat ja recht, das hat sich noch nicht rauskristallisiert. Das weiß der Trainer auch nicht. Der Trainer kann ja nicht so wie wir sagen, oh, der Jakic hat gut gespielt, der spielt wie immer. Nee, der muss ja jetzt gucken, wie was wo passt. Ja, das weiß ich. Und das wird sich rauskristallisieren, da wird die Mannschaft irgendwo zutrauen kriegen. Die Mannschaft spielt scheinbar jetzt Viererkette, das wird halt auch ein bisschen dauern. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich versuche in den letzten Wochen immer wieder zu sagen, Leute, ich glaube, solche Spieler gegen Stuttgart sind normal bei einer Mannschaft, die so neu zusammengestellt ist und die sich entwickeln muss und die, das ist für mich das größte Ausrufezeichen, scheinbar, was man aktuell erahnen kann, vorhat, ein bisschen besser Fußball zu spielen als in der Vergangenheit. Und das wird dauern. Wenn das so schnell gehen würde, dann bräuchtest du, glaube ich, keine guten Trainer, sondern das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Vielleicht müssen wir diesen Weg mitgehen, indem wir probieren, ruhig zu bleiben. Aber wenn es mal aufblitzt, habe ich das Gefühl, dass die Eintracht Bock hat, richtig guten Fußball zu spielen. Klappt noch nicht immer, aber zumindest gibt es Sequenzen, die das erahnen lassen. Und da werden wir wirklich Geduld haben. Welcher Spieler wird es sein? Welches System wird es sein? Wie lange wird es dauern, bis es drin ist? Und was passiert, wenn das System da ist? Aber ich bin irgendwie, und das hatten wir hier, gerade in dieser Konstellation hier auch oft, merkwürdig positiv. Also es gab viele, viele Saisons, wo er die Angst überwogen hat. Das ist hier aktuell noch gar nicht so. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Also die Optionen machen einem wirklich Hoffnung und Mut, dass man da das ein oder andere austarieren kann, tatsächlich über die Saison hinweg und da Möglichkeiten hat, um auch auf Gegner individueller zu reagieren. Ja, nicht nur auf Gegner, auch auf Verletzungen und alles Weitere. Und wie gesagt, Belastungssteuerung. Ich finde es sogar ganz gut, dass da einige, vor allem in der Offensive, leistungstechnisch noch sehr nah beieinander sind, weil ich auch glaube, das ist ja so ein Konkurrenzkampf. Und wenn es so ein gesunder Konkurrenzkampf ist, profitieren ja alle davon. Also die wollen ja Startelf spielen. Und ich glaube, das kann helfen, dass sich jeder individuell weiterentwickelt. Und letztendlich, klar wird sich irgendwann wahrscheinlich rauskristallisieren, wer wirklich so die Top-Top-Lösung ist und wer so eher der Rotationsspieler ist. Aber bis dahin werden eventuell alle auch noch ein Stückchen besser, einfach dadurch, weil sich jeder diesen Platz erkämpfen will. Und ich finde das eigentlich ganz gut und spannend zu sehen auch. Und bin letztendlich auch gespannt, wer sich durchsetzen wird. Also wer dann, was wir in, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten sagen, wen wir eigentlich immer safe safe vorne sehen wollen. Und nicht so ein, ach ja, den mag ich ganz gern, aber ich glaube, das ist mehr die Hoffnung. Oder ach ja, wir haben jetzt da keine andere Option, sondern nee, der hat sich die letzten Wochen oder so richtig, richtig gut in die Mannschaft gespielt. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Das ist ja mega. Das ist ja genau das. Also es ist ja die Möglichkeit, die wir haben und auch das Potenzial. Ich bin eigentlich schon freudig, aber die Sache muss ich halt entwickeln. Ich habe anfangs des letzten Spiels beispielsweise das Gefühl gehabt, dass viele gar nicht genau verstanden haben, was Glasner von ihnen wollte. Also da gab es, weil Glasner unfassbar viel, der redet wahrscheinlich auch eh relativ viel während des Spiels, aber der hat schon wild gestikuliert, hat auch mal Leute wieder zu sich gezogen. Also ich glaube, diese Spielidee muss noch erst rein. Aber wenn das irgendwann zusammenwächst, ja, dann kann schon die Hoffnung sich wirklich realisieren, dass wir hier sehr, sehr viele variable Spiele haben, die auch eine hohe Qualität mitbringen und uns dann viel Freude machen. Also das ist jetzt gut, dass die jetzt hoffentlich alle noch nicht auf ihrem Leistungsniveau sind. Schauen wir einfach mal. Ja. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, schreibt uns doch mal, was so eure präferierte, Aufstellung wäre, die ihr da am Donnerstag aufs Feld schicken würdest. Der Leon zum Beispiel hat zwischenzeitlich schon im Chat geschrieben und der ist relativ klar mit einer Einstürmer-Variante und inklusive Kamada unterwegs. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja noch Alternativen. Kann ich auch nachvollziehen. Gute Idee von Leon. Wie gesagt, schreibt mal rein. Genau. So, und jetzt könnt ihr mir mal sagen, liebe Freunde, was ihr denn tippt für den Donnerstagabend. Und der Marvin steht hier zuerst in meiner Liste, deswegen darf der anfangen. Ach, dann sage ich 3 zu 2 für die Frankfurt-Eintracht. Wie aus einem Wunder erzielt die Eintracht mal wieder ein paar mehr Tore in einem Spiel. Und ich habe so ein bisschen Bock auf ein geiles Flutlichtspiel. Ich glaube, dass Ferner Batsche sehr, sehr gute Gegen halten wird. Aber wir zünden das Feuer, was die Alex schon beschworen hat, ja, mit ihren Reden vorhin. Insofern 3 zu 2 für die Eintracht und vielleicht wirklich der Startschuss für eine erfolgreiche Zeit der Eintracht. Denn wir müssen auch klarhalten, die Lotterspiele, die kamen, die waren jetzt gegen ein Ersatzgeschwächtes VfB Stuttgart, gegen Bielefeld, gegen Augsburg, alles machbare Gegner, wo man kein Dreier hat holen können. Und jetzt musst du gegen Wolfsburg dann zwischenzeitlich Köln und dann aber auch die Bayern schon echt sehen, wo du deine Punkte holst. Insofern umso besser, wenn wir bis dahin, bis Wolfsburg sehr gut im Flow sind. Und den ersten Stein können wir am Donnerstag legen. Sehr schön. Basti, dein Tipp? Ich sage 2 zu 2. weil mir bei diesen Europapokal-Dingern immer ein bisschen untergeht. Fenerbahce ist eine gute Mannschaft, Leute. Das 2 zu 2 ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Ich glaube auch, dass das losgelöst von diesen biederen Bundesliga-Partien sein wird, weil es halt Europapokal flutlich ist. Alles, was ich schon gesagt habe. Fenerbahce wird auch den einen oder anderen Fan im Stadion haben. Die werden dadurch auch Bock haben. Und wenn es dann ein richtig geiles Fußballspiel mit 2 zu 2 wird, dann sind doch alle zufrieden und können danach zusammen feiern. Auch wenn ich in der Türkei eher zu Besiktas halte. Tja. Sehr schön. Alex, was ist denn dein Tipp? Ja, ihr nehmt mir mein Feuer so ein bisschen, ne? Schau siegau. Ja, ne, also ich bin ganz klar auf Sieg. Also, ne, ich will da kein viertes, fünftes Unentschieden draus haben. Ich will, dass die Eintracht gewinnt. Ich glaube nicht, dass wir drei Tore schießen, weil wir das gerade nicht so gut können. Ich glaube auch nicht, dass wir torlos da rausgehen. Klassiker 2-1. Patrizia, schließen wir mehr Tore oder weniger? Ja, also hier sind ja schon einige Ergebnisse genannt worden jetzt. Ich will jetzt aber auch nicht mit so einem niedrigen Ergebnis gehen. Ich will aber auch nicht auf fünf Tore gehen. Deswegen werde ich mich jetzt einfach einem Ergebnis anschließen. Das ist das 3-2 von Marvin. Einfach, weil ich auf Sieg tippen will. Nicht, weil ich es unbedingt für so krass wahrscheinlich halte, aber weil ich das jetzt einfach brauche. Danke. Danke trotzdem. Ich bin ein bisschen deutlicher mit meinem Ergebnis. Da spricht wahrscheinlich auch ganz viel Hoffnung draus und weniger Fußball-Sachverstand. Aber ich sage, wir holen das Ding 3-1. Das wäre halt geil, ne? Also das wird nicht nur der Patrizia gut tun, das wird allen gut tun. Das wird den Fanseelen gut tun. Und ich glaube, das wird der Mannschaft mega gut tun, jetzt, wo sie so zusammengestellt sind, ein Erfolgserlebnis zu haben. Das ist genau der Punch, den du brauchst. Und das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ach, und während ich mich hier in so eine Rage rede, merke ich schon, wann immer ich das tue, sitze ich hinterher weinend. Irgendwo, weil es wieder genau andersrum gelaufen ist. Ah, mit ein, zwei Bier geht es. Ja, in dem Fall gewinnen wir halt einfach und dann wird das ein wunderschöner Abend und dann können wir in diesen Flow starten, den Marvin gerade eben versucht hat herbeizureden, um dann am Wochenende, am Sonntag, genauer genau, am Sonntagabend dann gegen Wolfsburg zu spielen. Ich würde jetzt mal in den Raum stellen und sagen, das Spiel ist A, weit weg und B, ist es halt auch Wolfsburg. Ich weiß nicht, müssen wir da jetzt großartig drüber reden? Ich würde fast sagen, nein, oder? Was denkt ihr? Nein, brauchen wir nicht. Nein. Werden wir ja nachbearbeiten dann. Genau, wir besprechen dann nächste Woche und ansonsten gibt es ja auch noch den Spiegeltext zu lesen, wo wir uns ein bisschen uns dann auch mit einem Ausblick auf Wolfsburg beschäftigen. Von daher bleibt das ja nicht total vergessen. Aber, über was wir auf jeden Fall reden müssen, sind Empfehlungen. Da hat sich nämlich noch das ein oder andere hier gesammelt. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, ob wir in Zukunft irgendwie mehr auf TikTok machen können. Marvin ist da eher so der Traditionist und hat hier eine Empfehlung reingekippt, die was mit Instagram zu tun hat. Genau, ja genau. Und zwar beruflich mache ich ja noch irgendwas Seriöses und dann haben wir uns die letzte Zeit die Bundestagswahl vorgenommen und haben im Endeffekt, wenn ich mal gucke, dürften es elf Beiträge oder vielleicht sogar noch mehr sein, die wir alle zur Bundestagswahl zusammengestellt haben, alles zu finden in dem Link, den ihr in den Shownotes seht. Das ist nämlich ein schöner Guide, man kann auf Instagram Guides erstellen zur Bundestagswahl 2021 mit den unterschiedlichen Wahlchecks, mit den kleinen Parteien der einer Vorstellung kleiner Parteien, brauchten wir sogar zwei unterschiedliche Posts. Dann, wir haben ein Wahlprogramm To-Go, das heißt also, wir gucken in die Bereiche Wohnen, Energiewende, Rassismus, Verkehr und Digitalisierung und natürlich Gesundheit und Pflege und schauen, was da die einzelnen Parteien, jede der einzelnen größeren Parteien dazu sagt und dann ist für den Nutzer und Nutzerinnen oder für die Wähler und Wählerinnen, die hier zuhören, eine Möglichkeit, da sich dementsprechend nochmal aufzuschlauen und zu überlegen, was kommt für mich in Frage, weswegen sollte ich die oder die Partei wählen und natürlich haben wir auch nochmal die Desinformationskampagne, die momentan ein bisschen am rumflogen sind, auch nochmal für euch eingearbeitet. Also insofern, klickt euch da gerne mal rein, würde mich freuen. Wir sind weiterhin dabei und natürlich auch am Wahlabend für euch sehr, sehr gerne verfügbar. Ich habe gerade gesehen, ihr habt auch nochmal was zur Briefwahl gemacht, die kann man ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer noch beantragen. Ja, geht immer noch, geht immer noch bis sogar drei Tage vorher, aber ich habe dann immer ein bisschen Bedenken, dass nicht mehr alles rechtzeitig ankommt. Also insofern, wenn jetzt noch jemand eine Briefwahl machen will, dann lieber gleich bewerben. Genau, und da auch nochmal der freundliche Reminder, zumindestens habe ich das so gelernt. Falls ihr Briefwahl macht und vergessen habt, den Brief tatsächlich rechtzeitig loszuschicken, ihr könnt im Regelfall am Wahltag bis 14, 15 Uhr irgendwas in die Richtung, meistens nochmal in einem bestimmt dafür ausgewiesenen Wahllokal das Ding dann auch abgeben. Also falls ihr da dann auch sagt, vergessen loszuschicken, gibt es auch da noch Möglichkeiten. Oder ins Wahlstudio gehen, was um eure Ecke ist, dann müsst ihr die Unterlagen aber mitnehmen und vor Ort zerstören. Das ist die andere Auflage. So, dann haben wir glaube ich noch einen Tipp von Basti und die Alex hatte auch noch was genannt. Alex, fang du nochmal an. Nö, ja, lass den Basti mal vor, weil mein Thema so gar nichts mit Fußball zu tun hat. Gut, dich noch näher dran. Ja, ich kann mal wieder ein Buch empfehlen. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, ein komplettes Buch ziemlich schnell in kurzer Zeit durchzulesen und zwar ist das von Roland Reng, Der große Traum. Ich weiß nicht, ob das einer von euch in den letzten Wochen schon mal empfohlen hat. Nein. Der schreibt ja immer ganz geile Bücher, der hat Enki-Biografie geschrieben, der traume ich da glaube ich noch und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall schreibt er immer so ein bisschen besondere Storys und die ist tatsächlich echt cool, weil er hat vor Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat, zu zweit und zehn rum, angefangen Jugendspieler zu begleiten. Drei Stück auf ihrem Weg in den Profifußball oder halt auch nicht, wie das dann so abläuft mit Nachwuchsleistungszentren in verschiedenen Vereinen und bla bla. Die Wege dieser drei Spieler kreuten sich auch ab und zu und einer dieser Spieler ist tatsächlich Marius Wolf gewesen. Da kannst du super ablesen, weil ich kann jetzt schon mal spoilern. Nicht bei allen dreien wird es so gut laufen wie bei Marius Wolf und selbst bei Marius Wolf war es ja nicht immer abzusehen. Wir haben den ja damals, ihr erinnert euch, von der zweiten Mannschaft von Hannover erst mal ausgeliehen und jeder hat sich gedacht, hä, was wollen wir mit dem? Wurde uns dann ziemlich schnell klar und auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut geschrieben, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr viele Hintergründe, was den Jugendfußball betrifft, die nicht immer sehr, sehr angenehm sind und kann ich komplett empfehlen, dieses Buch. Okay. Sehr schön. Also, wer Lesestoff braucht, hat da, glaube ich, etwas gefunden, was sich gut zu lesen oder was sich zu lesen lohnt. Ich hatte es tatsächlich noch nicht auf dem Schirm, werde es aber mal noch auf meine Liste packen. Vielen Dank schon mal dafür. So, und jetzt kommt Frau Alex mit einem, oder nee, Patricia andersrum. Patricia, hast du noch was? Nö, ich habe nichts. Ich habe nur die Empfehlung, geht wählen und geht euch impfen. Das ist gar keine Empfehlung, das ist eine Aufforderung. So, ist Pflicht. Wir definieren hiermit, das ist Pflicht. Zwang. Der Eintracht-Zwang hier. Impf- und Wahlzwang. Es herrscht jetzt hier. Ja. So, im Eintracht-Podcast. Der Eintracht-Podcast führt den Impfzwang ein. Ja. Keine Ausreden. Keine Ausreden. Und nicht mal durch die Vordertür. Sehr gut. Ja. Wir machen das gar nicht so dezent. Wir sind da nämlich gar nicht so. Wir machen das sehr offensiv. Komplett ins offene Haus rein. Ja. Sehr schön. So, dann darf Alex jetzt noch was zur Besänftigung beitragen, oder? Wie war der Plan? Genau. Jetzt höre ich ganz genau zu. Sehr besänftigen geht um Katzen. Wenn jemand da draußen Interesse hat, Katzen bei sich aufzunehmen, oder generell auch gerne Katzen unterstützen möchte, dem kann ich das Kitten-Safe-House ans Herz legen. Instagram-Account heißt auch Kitten-Safe-House. Haut der René bestimmt in die Shownotes. As always, yes. Genau, das ist einfach eine Frau, die in ihrem Haus momentan über 180 Katzen hat. What? Die da, ja, also die sind nicht alle bei ihrem Haus, teilweise verteilt auf Pflegestellen, aber insgesamt sind bei ihrem Haus auch, ja, nahezu an die 100. Die hat große Außengehege auch für die gebaut, aber die Kitten sind mittlerweile auch alle reif zur Adoption. Also sie sind alle drei, vier Monate schon alt. Die sind geimpft, durchgecheckt, super sozialisiert. Ja. Genau, die sind geimpft und reif zur Adoption. Und solange sie keine Katzen jetzt zur Adoption freigeben kann, kann sie auch keine neuen aufnehmen, weil die Katzen sind alle in den Müll geworfen worden, ausgesetzt worden, haben einen Unfall gehabt oder so, ne? Also, ja, und sie macht das halt alles ohne staatliche Unterstützung, wird nur durch Spenden und so unterstützt. Ähm, ja, also schaut euch auf dem Instagram-Account mal durch. In der Bio ist, ähm, ein Linktree, ähm, wo man auch sehen kann, wie man die unterstützen kann. Und wenn jemand Interesse hat, Kätzchen bei sich aufzunehmen oder eine Katze, die haben auch Erwachsene, dann, ähm, ja, schaut da einfach mal vorbei. Da gibt's ganz viele tolle Katzen, die einfach ein Zuhause verdient haben. Ähm, ja. Und jede Katze, die adoptiert wird, macht wieder Platz für eine andere Katze, die gerettet werden kann. Ja. Miau. Also, wenn ihr Katzenbilder gucken wollt, da gibt's genug. Wuff. Wuff. Sagt der Hundemann. Sagt der Hundemann. Ich bin Team Katze. All animals are beautiful. Besser auf Spenden. Aber ansonsten. Ja, auch nicht Spenden. Da kann ich jetzt eine spontane Empfehlung machen. All animals are beautiful. Stimmt nicht. Ihr könnt euch am Mittwoch die neue Fun Friends von 390 anhören. Da widerlegen wir diese These mit einem sehr großen Dinosaurier. Ja. Ja, äh, Basti, du musst mir dann erzählen, was da drin vorgekommen ist. Ich, äh, darf die ja nicht mehr hören. Warum? Weil der Axel gesagt hat, Menschen, die Mon Cherie essen, dürfen nicht mehr zuhören. Deswegen musste ich mein Abo leider kündigen. Nein, du darfst nur die freien Folgen nicht mehr hören. Axel, Fun Friends dürfen alles. René, da hast du nicht gut zugehört. Nein, er hat gesagt, wer Mon Cherie isst, muss hier, darf auch nicht Fun Friends sein. Das hat er ganz... Da muss ich ja bei dem Axel mal zur Seite springen. Also Mon Cherie ist mit einer der ekelhaftesten Erfindungen der Süßigkeitenindustrie. Wenn ich da schon reinbeiße und diese Flüssigkeit daneben rausläuft. Ekelhaft. Nein, 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 diese komischen Orangenkekse mit diesem Gelee da drin, die sind ekelhaft. Ja, die kommen direkt. Jaffa Cake, Beste, Alter. Die sind so geil, ja. Mega, Alter. Was ist denn hier jetzt los? Die sind maximal ekelhaft. Warte, ist die auch noch Nutella ohne Butter oder was? Wir leben nicht. Alter, wenn mir jetzt noch jemand die Erfrischungsstäbchen mal nicht macht, dann klipschstär. Auf gar keinen Fall. Die sind überragend. Das ist auch geil. Das geht gar nicht. Wer kleine Kinder isst, ist auf jeden Fall der diese Schokobananen isst, Alter. Darauf können wir uns einigen, die sind grauslich. Die sind echt grauslich. Das ist mir tatsächlich mal im Rewe passiert. Ich stand mit dem Kumpel da und die sind manchmal ja vorne bei den Süßigkeiten so. Dann gucke ich so nach rechts und sage es zu meinem Kumpel, weil es hat irgendwie alles ewig gedauert, sage ich so, wer diese Schokobananen isst, frisst auch kleine Kinder. Dann dreht mein Kumpel, er lacht nicht. Und ich frage mich so, hier, Digga, das war doch lustig, was ich gerade gesagt habe. Schaut sehr betreten auf den Boden, weil hinter uns jemand stand, der diese Schokobananen in der Hand hat. Nein, er war peinlich berührt, dass der Mann hinter uns das gehört hat. Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch sehr lange nicht mehr in diesen Rewe gegangen. Ja, also wir sind alle Schokobananen-Skeptiker, kann man schon sagen. Sehr gute Sendung, Sieg, Marvin. Zu Recht. Hat der Marvin, anders als die Eintracht, den Ball nicht an die Lotte geschossen, sondern ins Tor. Schokobananen-Skeptiker, safe, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Sehr gut. Skeptiker, ich nehme an, das ist ein Wort, ne? Du kannst Binnenstrich machen zur Übersichtlichkeit. Zur Übersichtlichkeit, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also nicht zwischen Schoko und Bananen, aber. Bananen. Bananen. Sehr schön. Mir ist doch tatsächlich noch gerade eine, da habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, es tut mir leid, eine Empfehlung eingefallen als, ich glaube, als Alex das mit den Katzen erzählt hat. Und zwar möchte ich hier nochmal empfehlen, die Amazon-Wunschliste der Dachzelt-Nomaden. Die Dachzelt-Nomaden ist so eine freiwillige, also so eine Helferorganisation, die gerade sehr viel eben hier in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal unterwegs sind und helfen dort, ja, Dinge abzubauen, Dinge wieder aufzubauen. Und die brauchen natürlich regelmäßig Material, weil die da mit 20 Bohrhämmern durch die Gegend rennen und versuchen irgendwie Wände einzureißen, damit neue aufgebaut werden können. Und so Zeug hält halt nur begrenzt. Und die freuen sich eben auch ganz doll über Sachspenden. Also sie wollen keine Geldspenden haben, sondern tatsächlich einfach Material. Die haben eine Amazon-Wunschliste, da packen die jeden Tag das drauf, was kaputt gegangen ist, was sie halt einfach auch brauchen, was sie direkt verwenden können, um dort unten Dinge abzureißen, neue Dinge aufzubauen. Und die Liste würde ich einfach auch mal mit in den Link, in die Links packen. Da sind kleine Dinge drin, von irgendwie einfach ein paar Masken oder Schutzbrillen bis hin zu irgendwie Leitern, Bohrhämmern. Da findet, glaube ich, jeder was für seinen Geldbeutel passend. Finde ich eine gute Aktion, könnt ihr einfach mal reingucken. Super Tipp. Ja. Hau ich mal hier noch rein. Hervorragend. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Nochmal der klare Befehl, Patricia, von dir an die Leute da draußen. Ja, geht wählen, geht euch impfen und adoptiert Katzen. Und esst keine Schokobananen. Ganz wichtig, esst keine Schokobananen. Mit diesen Worten beenden wir die Sendung dieser Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Uns allen viel Spaß am Donnerstag und am Wochenende mit dem Fußball der Eintracht und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.